Ihr wollt, dass wir von Übermensch Audiobooks mehr Hörbücher zu diesem Thema hochladen? Dann lasst es uns mit einem Daumen hoch wissen. Oder interessiert ihr euch vielleicht für ein anderes Thema? Schreibt uns einen Kommentar. Jeden Samstag um 15 Uhr laden wir ein neues Hörbuch hoch. Also abonniert unseren Kanal, um immer up to date zu bleiben. Jetzt aber erst einmal viel Spaß mit dem neuen Hörbuch. Dr. mit Ernst Walter-Henrich. Vegan. Eine kurze Information über die gesündeste Ernährung und ihre positiven Auswirkungen auf Klima- und Umweltschutz, Tier- und Menschenrechte. Nachfolgend ein Vorwort des Autors. Schon das Genie Albert Einstein sagte bereits vor Jahrzehnten, nichts wird die Gesundheit der Menschen und die Chance auf ein Überleben auf der Erde so steigern wie der Schritt zur vegetarischen Ernährung. Erstaunliche Worte zu einer Zeit, in der man noch nicht so viel über die Zusammenhänge und die Auswirkungen der Ernährung auf Gesundheit, Umwelt, Klima, Welthunger, Tier- und Menschenrechte wusste. Hätte Albert Einstein damals bereits über die Erkenntnisse der modernen Wissenschaften verfügen können, so wäre seine Aussage mit Sicherheit leicht modifiziert erfolgt. Nichts wird die Gesundheit der Menschen und die Chance auf ein Überleben auf der Erde so steigern wie der Schritt zur veganen Ernährung. Die vegane Ernährung enthält keinerlei tierliche Bestandteile und ist, sofern richtig und abwechslungsreich durchgeführt, die gesündeste Ernährung, das beste für Umwelt, Klima, Tiere und Menschen. Da die vegane Ernährung und die vegane Lebensweise von so eminenter Bedeutung für jeden einzelnen Menschen, für die Gesellschaft insgesamt, insbesondere für unsere Kinder und Enkel, für die Umwelt, das Klima und die Tiere ist, habe ich mich entschlossen, diese kleine Broschüre herauszugeben. Denn nur durch genügend gute Informationen kann man auch gute Entscheidungen zum eigenen Wohl und zum Wohl der Welt treffen. Die Ernährungsgewohnheiten der Industrienationen haben dramatische Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen, auf den Klimawandel, auf die Umwelt insgesamt, auf das Schicksal der Tiere, auf das Schicksal von Millionen hungernder Menschen und auf den Hungertod von Millionen Kindern. Diese Broschüre und die Webseite www.provegan.info möchten die unglaublichen vielen Vorteile der veganen Ernährung für Mensch, Tier, Umwelt und Klima aufzeigen. Wichtig ist zu wissen, dass die vegane Ernährung nicht einmal als Käse oder wirklichen Verzicht, sondern Schlemmen pur bedeutet, wie die veganen Kochbücher und die veganen Restaurants eindrucksvoll beweisen. Den bekleidenden Kurzfilm zu dieser Broschüre finden Sie unter www.provegan.info Vegan. Die gesündeste Ernährung. Die Ernährung hat entscheidenden Einfluss auf unsere Gesundheit. Man isst, was man isst. Eine optimale Ernährung eröffnet uns wunderbare Chancen, ein langes Leben bei bestmöglicher Gesundheit und guter Fitness zu verbringen. Was liegt bei dieser herausragenden Bedeutung der Ernährung näher, als sich kundig zu machen, wie gesunde Ernährung aus ernährungswissenschaftlicher Sicht anhand weltweiter seriöser Studien ausschaut? Obwohl wir alle die Empfehlungen aus der Presse kennen, mehr Obst und Gemüse und weniger Fleisch zu essen, gilt Fleisch immer noch als normaler Bestandteil einer gesunden Ernährung. Die gesundheitlichen Schäden durch Fleisch wurden aber durch unzählige wissenschaftliche Studien offengelegt. Die katastrophalen gesundheitlichen Folgen durch Milch, Käse und andere Milchprodukte sind weit weniger bekannt. Wenn Naturkatastrophen oder Terroranschläge Hunderte oder Tausende von Toten fordern, ist das Entsetzen groß. Wenn aber eine gesellschaftsimmanente Fehlernährung Millionen von Toten durch Krebs, Herzerkrankungen, Bluthochdruck, Diabetes, Alzheimer, Übergewicht und andere schwerste ernährungsbedingte Erkrankungen verursacht, wird dies mit einem erstaunlichen Gleichmut hingenommen. Während die Bevölkerung über gesunde Ernährung fehlinformiert und in die Irre geführt wird, profitieren bestimmte Wirtschaftszweige von dieser Situation. Ärzte, Kliniken, Hersteller medizinischer Geräte und Pharmakonzerne können nur hohe Profite einfahren, wenn die Menschen an chronischen Krankheiten leiden und behandelt werden. Die Tierindustrie erzielt nur dann riesige Profite, wenn die Menschen krankmachende Tierprodukte wie Fleisch, Milch, Milchprodukte, Eier und Fisch konsumieren. Tückisch ist, dass die gesundheitlichen Folgen der Fehlernährung mit Tierprodukten nicht sofort, sondern erst nach Jahren sichtbar werden. Zwar ist der medizinische Fortschritt gewaltig, aber wir zahlen dafür in zweierlei Hinsicht einen hohen Preis. Zum einen steigen die Gesundheitskosten und damit die Krankenkassenbeiträge. Zum anderen werden aufgrund des medizinischen Fortschritts durch die Tierprodukte krank gewordene Menschen immer älter. Mit Chemotherapie, Pillen, modernsten medizinischen Geräten, Operationen und anderen teuren invasiven Eingriffen werden nicht die Ursachen, sondern die Symptome der chronischen Erkrankungen behandelt, das Leben und damit auch meistens das Leiden der Kranken verlängert. Dabei sollte das Ziel einer verantwortungsvollen Medizin im Interesse der Menschen ein langes Leben bei bester körperlicher und geistiger Gesundheit sein. Dies kann aber nur durch Prävention, also durch eine gesunde Ernährung und einen gesunden Lebensstil erreicht werden. Aber an gesunden Menschen verdienen weder die Ärzte, die Kliniken, die Pharmaindustrie noch die Hersteller der Medizingeräte. Wer aber hat dann ein Interesse daran, die Menschen gesund zu erhalten? Nach meinen Beobachtungen auch die Krankenkassen nicht. Denn wie hoch auch immer die Gesundheitskosten steigen, die Versicherten werden sie durch ihre höheren Versicherungsbeiträge bezahlen müssen. Auch die Politik ist so fest im Griff der profitierenden Gesundheits- und Tierindustrien, dass auch von dort keine Hilfe zu erwarten ist. Aber es kommt noch schlimmer. Auf den ersten Blick unabhängige Ernährungsorganisationen, die offizielle Ernährungsempfehlungen für die Bevölkerung herausgeben, werden überall auf der Welt in erheblichem Umfang von der Fleisch-, Milch- und Eierindustrie finanziert. Viele Wissenschaftler in scheinbar unabhängigen Ernährungsinstitutionen erhalten zum Beispiel gut bezahlte Beraterverträge oder sonstige lukrative Aufträge von der Fleisch-, Milch- und Eierindustrie. Werden diese Organisationen und deren Wissenschaftler unter diesen Umständen Empfehlungen gegen Produkte der Firmen aussprechen, von denen sie bezahlt werden oder in anderer Weise profitieren? Auch in der Politik sind die Interessensvertreter der Tierindustrie sehr erfolgreich tätig. Genau deshalb fließen auch weltweit gigantische Summen in Form von Subventionen an die Tierindustrie. Allein die EU gibt jährlich mehr als 50 Milliarden Euro für die Subventionen der Agrarindustrie aus, am meisten davon an die Tierindustrie. Selbst zusätzliche Exportprämien werden für Tierprodukte gezahlt, sodass billige Tierprodukte aus der EU den Weltmarkt überschwemmen und die Existenzen der Bauern in armen Ländern zerstören. In den staatlichen Gremien, die offizielle Ernährungsempfehlungen festlegen, sitzen überall auf der Welt meistens sogar mehrheitlich Vertreter der Tierindustrie. So gut wie immer sind diese nicht als Vertreter der Tierindustrie erkennbar. Hochdotierte Beraterverträge mit der Tierindustrie oder andere lukrative Aufträge fallen als Nebentätigkeit nicht weiter auf. Professor Kampel hat als Insider in seinem Buch China Study dieses System offengelegt. Ein Beispiel aus der Schweiz, wo man sich noch nicht einmal bemühte, die Verbindungen zur Tierindustrie zu verbergen. Bis vor kurzem saß die Marketingleiterin der Fleischindustrie in der Eidgenössischen Ernährungskommission, die als oberste Instanz für offizielle Ernährungsempfehlungen in der Schweiz gilt und die Schweizer Regierung berät. Diese Dame war als Marketingleiterin der Fleischindustrie dafür zuständig, den Fleischabsatz zu fördern. Ist es vorstellbar, dass sich diese Dame gegen Fleisch ausspricht und sich damit gegen die Interessen ihres Arbeitgebers stellt? Dies ist ein weltweit gängiges System der legalen Manipulation. In den Ernährungsgremien sitzen Lobbyisten, Ernährungswissenschaftler und Ärzte, PR- und Marketingfachleute, die von der Fleisch-, Milch- und Eierindustrie finanziert werden. Und genau diese Personen arbeiten die offiziellen Ernährungsempfehlungen für die Bevölkerung aus. Und diese Empfehlungen widersprechen deshalb so oft dem Stand der seriösen Wissenschaften, welche die negativen Auswirkungen der Tierprodukte auf die Gesundheit nachweisen. Prof. Dr. T. Colin Campbell fasste das System der Manipulation in seinem Buch wie folgt zusammen. Wir wissen enorm viel über die Verbindung zwischen Ernährung und Gesundheit. Aber die wahre Wissenschaft wird unter einem Wirrwarr von unsachlichen oder sogar gesundheitsgefährdenden Informationen begraben, verursacht durch Pseudowissenschaft, Modediäten und Propaganda der Nahrungsmittelindustrie. Eine beliebte und gängige Manipulationsmethode ist das Anzweifeln der Studien seriöser Wissenschaftler, die klare Fakten über die Gesundheitsschädlichkeit von Tierprodukten vorlegen. Es werden belanglose Einzelheiten, wie zum Beispiel an der Methodik einer Studie, kritisiert. Die Kritik ist zwar völlig willkürlich an den Haaren herbeigezogen und kann meistens auch einfach widerlegt werden. Aber das Ziel der Tierindustrie ist erreicht. Die Studie wurde von einem Helfer der Tierindustrie kritisiert und plötzlich ist die betreffende Studie umstritten. Argumentieren nun seriöse Wissenschaftler mit einer absolut seriösen Studie, dann wird dieser seriösen Studie das Zauberwort umstritten entgegengehalten. Und schon hat man es mit unfairen Methoden geschafft, die Glaubwürdigkeit von seriösen Wissenschaftlern und ihren Studien zu beschneiden. Der normale Bürger kann dies alles nicht durchschauen und setzt umstritten mit falsch oder unseriös gleich. Die drastischen langfristigen Folgen für seine Gesundheit aufgrund manipulativer Propaganda trägt der verunsicherte Bürger. Beliebt und gängig ist auch die Manipulationsmethode, sich Stoffe aus einem gesundheitsschädlichen Produkt wie Milch selektiv herauszusuchen, die unbestritten auch wichtig in der Ernährung sind und mit diesen Substanzen das gesamte Nahrungsmittel manipulativ aufzuwerten. So werben die Milchindustrie und ihre Helfer seit Jahren, dass Milch wegen ihres Gehalts an Kalzium und Eiweiß so gesund sei und für starke Knochensorge. Tierliches Eiweiß, besonders das aus der Milch, ist ein sehr guter Förderer des Krebswachstums. Dies wurde in Studien nachgewiesen. Prof. Dr. T. Colin Campbell untersuchte dies auch im Rahmen seiner China Study, die von amerikanischen und chinesischen Steuergeldern finanziert wurde und stellte fest, welches Protein erwies sich durchwegs stark und nachhaltig als krebserregend. Casein, das 87 Prozent des in der Kuhmilch enthaltenen Proteins ausmacht, förderte alle Stadien des Krebswachstums. Es gibt unzählige weitere Studien, die die erheblichen Gesundheitsgefahren durch Milch nachweisen. Aber es kommt noch schlimmer. Laut einer Untersuchung des Schweizer Bundesamts für Gesundheit, BAG, stammen 92 Prozent der giftigen Substanzen in der Nahrung, Dioxine und PCB, aus Tierprodukten. Größter einzelner Lieferant für Giftstoffe ist die Milch mit 47 Prozent. Kalzium erhält man sogar besser aus pflanzlicher Nahrung. Die Bio-Verfügbarkeit von Kalzium aus der Milch ist im Vergleich zu verschiedenen kalziumreichen Gemüsesorten, zum Beispiel Brokkoli, relativ gering. Das bedeutet, dass die Milch zwar reich an Kalzium ist, aber dieses Kalzium vom Körper nicht so gut aufgenommen und genutzt werden kann. Tierliche Eiweißquellen wie Milchprodukte, Fleisch und Eier führen zudem aufgrund des hohen Gehalts an schwefelhaltigen Aminosäuren zu erheblichen Kalziumverlusten über die Nieren. Man muss sich dies einmal auf der Zunge zergehen lassen. Milch wird wegen ihres schädlichen Eiweißgehaltes gelobt, gleichzeitig sorgt dieser hohe Eiweißgehalt aber dafür, dass das ausgelobte Kalzium in der Milch nicht nur unwirksam bleibt, sondern offensichtlich sogar Kalzium verloren geht. Nicht umsonst sind die Osteoporoseraten in den Ländern am höchsten, in denen am meisten Milch getrunken wird und am niedrigsten in den Ländern, in denen am wenigsten Milch getrunken wird. Selbstverständlich weist ihr Normalbürger auch nichts davon, dass die Milch eine Unzahl verschiedener Hormone, Wachstumshormone, Sexualhormone und so weiter enthält, die wegen ihrer gesundheitlichen Risken sonst nur auf ärztliches Rezept in der Apotheke erhältlich sind. Kuhmilch dient biologisch dazu, ein Kalb innerhalb kürzester Zeit wachsen zu lassen. Wenn aber dieser Hormoncocktail auf einen Organismus wie den Menschen trifft, der für diese Wirkungen nicht ausgelegt ist, dann wird das gesamte Muster chronischer, oft tödlicher Erkrankungen durch Milch verständlich. Krebs, Herzerkrankungen, Diabetes, Demenz, Alzheimer, Schlaganfälle, Adipositas und so weiter. Das Ausloben gesundheitlicher Vorteile der Milch aufgrund von Eiweiß und Kalzium ist genauso absurd, als wenn man Giftpilze als gesund propagieren würde, nur weil unbestritten auch gesunde Vitamine in diesen Giftpilzen enthalten sind. Die Märchen der Tierindustrie, wonach Fleisch, Eier, Milch und Milchprodukte gesunde und wertvolle Nahrungsmittel seien, werden widerspruchslos von meist ahnungslosen Verbrauchern und von desinteressierten Politikern hingenommen. Nicht nur das. In vielen Staaten und der EU werden ungesunde Tierqualprodukte noch dazu massiv mit Steuergeldern subventioniert. Dieses Verhalten der Politiker ist völlig inakzeptabel, weil sie offensichtlich die wirtschaftlichen Interessen der Tierindustrie höher bewerten als das gesundheitliche Wohlergehen der Bürger, denen sie eigentlich in erster Linie verpflichtet sein sollten. Gesunde Ernährung wird manchmal sogar in der Presse niedergemacht. Im Einzelfall kann nie nachgewiesen werden, ob der verantwortliche Journalist nur unwissend war oder zu enge Verbindungen zur Tierindustrie und damit wirtschaftliche Interessen hatte. Ein Beispiel. Im Jahr 2004 starb ein Kleinkind, das durch seine Eltern angeblich vegan ernährt wurde. Tatsächlich nahm das Kind aber überhaupt keine Nahrung, also auch keine vegane Kost zu sich. Das Kind wurde auch keiner ärztlichen Hilfe zugeführt, um die der Appetitlosigkeit zugrunde liegende schwere Lungenentzündung behandeln zu lassen. Das Erstaunliche an dieser Sache ist aber nicht nur, dass das Kind überhaupt keine, also auch keine gesunde vegane Ernährung aufnahm, sondern dass die Eltern zudem Anhänger einer sogenannten Urkost waren. Diese Urkost hat aber nichts mit einer gesunden, ernährungsphysiologisch wertvollen veganen Ernährung zu tun. Die Presse hielt es wie so oft nicht für nötig, den Fall sauber zu recherchieren oder sich mit den ernährungswissenschaftlichen Grundlagen der veganen Ernährung zu beschäftigen. Nein, die Presse verurteilte die vegane Ernährung im Interesse und zum Vorteil der Tierindustrie mit den bekannten Vorurteilen, obwohl der konkrete Fall nichts mit veganer Ernährung zu tun hatte. Bei der Bevölkerung bleibt aber ein falscher Eindruck über die vegane Ernährung hängen, so wie es für die Tierindustrie von Interesse ist. Dem gegenüber stehen Millionen von Menschen, die wegen massiver Fehlernährung, insbesondere durch Fleisch, Milch, Milchprodukte, Eier, tierliche Fette und Proteine, an Übergewicht, Bluthochdruck, Herzinfarkt, Angina pectoris, Schlaganfällen, Arteriosklerose, Osteoporose, Krebs, Diabetes, Alzheimer und weiteren chronischen Erkrankungen leiden und sterben. Unzählige ernährungswissenschaftliche Untersuchungen der letzten Jahre offenbarten den Zusammenhang zwischen dem Konsum von Tierprodukten und diesen schweren Erkrankungen. Die Belastung von Fisch mit Umweltgiften wie Dioxinen und Schwermetallen wurde in den letzten Jahren intensiv untersucht und in einem erschreckend hohen Ausmaß nachgewiesen. Die Universitäten Barcelona und Granada untersuchten 2009 in verschiedenen Studien die Quecksilberbelastung von Kindern und Schwangeren und stellten einen eindeutigen Zusammenhang zwischen Fischkonsum und Quecksilberbelastung fest. Eine erhöhte Quecksilberkonzentration beeinträchtigte eindeutig die geistige Leistungsfähigkeit der Kinder, Gedächtnissprache, und war mit einer Entwicklungsverzögerung der Kinder verbunden. Mehrere Studien, unter anderem eine französische Studie von 2007, enthüllten, dass gerade Fisch und Milch die bedeutendsten Quellen für die Aufnahme von Giftstoffen, Dioxinen, Furanen und Dioxin-like PCBs sind. Eine große Anzahl von Studien haben einen Zusammenhang zwischen Milchkonsum und einer Vielzahl schwerwiegender Erkrankungen wie Brustkrebs, Brustatakrebs, Alzheimer, Multiple Sklerose, Parkinson, Diabetes Typ 1, Diabetes Typ 2, Eierstockkrebs, Osteoporose und so weiter aufzeigen können. Die von der WHO, Weltgesundheitsorganisation, veröffentlichten Zahlen über die weltweite Brustkrebshäufigkeit korrelieren mit der Höhe des Milchkonsums in den Ländern. Der von der EU in Auftrag gegebene EU-BSD-Humanreport, der die Auswirkungen des Milchkonsums auf die menschliche Gesundheit überprüfte, kam zu dem Schluss, dass von den Hormonen in der Milch das Wachstum von bösartigen Tumoren, insbesondere bei Brust- und Brustatakrebs, gefördert werden kann. Die Millionen Kranken und Toten durch tierliche Produkte werden ohne Aufschrei in der Presse offensichtlich als normal hingenommen. Wenn aber in einem Einzelfall bei einer angeblich veganen Ernährung, die aber tatsächlich nicht vegan war, bei verantwortungslosen Eltern etwas schiefgelaufen ist, dann ist nicht nur der Aufschrei groß, sondern es entlädt sich eine regelrechte Empörung der ahnungslosen und Interessensvertreter der Tierindustrie. Diese Ergüsse der Laienpresse und Lobbyisten der Nutztierindustrie stehen im krassen Gegensatz zu den Ergebnissen der seriösen wissenschaftlichen Ernährungsforschung und den Aussagen renommiertester Ernährungswissenschaftler. So nehmen zum Beispiel in einem gemeinsamen Positionspapier von 2003 die Amerikanische Gesellschaft für Ernährung, die ADA, American Dietetic Association, und die DC, Verband der kanadischen Ernährungswissenschaftler, zu den gesundheitlichen Vorteilen der veganen Ernährung eindeutig Stellung. In diesen Verbänden sind die renommiertesten Ernährungswissenschaftler der USA und Kanadas zu finden. Allein die ADA hat etwa 70.000 Mitglieder. In diesem Positionspapier heißt es unter anderem, gut geplante vegane und andere Formen der vegetarischen Ernährung sind für alle Phasen des Lebenszyklus geeignet, einschließlich Schwangerschaft, Stillzeit, früher und später Kindheit und Adoleszenz. Auch die Aussage des renommierten deutschen Ernährungswissenschaftlers Prof. Dr. Klaus Leitzmann ist eindeutig. Studien mit vegan lebenden Menschen, die weltweit, aber auch von uns durchgeführt wurden, zeigen, dass Veganerinnen und Veganer im Durchschnitt deutlich gesünder sind als die allgemeine Bevölkerung. Körpergewicht, Blutdruck, Blutfett und Cholesterinwerte, Nierenfunktion sowie Gesundheitsstatus allgemein liegen häufiger im Normalbereich. 2009 hat die Amerikanische Gesellschaft für Ernährung, ADA, American Dietetic Association, ein überarbeitetes Positionspapier, über die vegetarische und vegane Ernährung publiziert und ihre Empfehlung für diese Ernährungsformen bestärkt. Dort kommt man zu dem Schluss, dass vegetarische Ernährungsformen einschließlich veganer Ernährung, sofern richtig durchgeführt, gesund und nahrhaft für Erwachsene, Kleinkinder, Kinder und Heranwachsende sind und sogar chronische Krankheiten wie Herzerkrankungen, Krebs, Übergewicht und Diabetes vorbeugen und behandeln helfen können. Das im Juli 2009 in der Zeitschrift Journal of the American Dietetic Association veröffentlichte Papier repräsentiert die offizielle Grundhaltung der ADA zur vegetarischen und veganen Ernährung. Die American Dietetic Association ist der Ansicht, dass eine gut geplante vegetarische Ernährungsform, einschließlich komplett vegetarischer oder veganer Ernährungsformen, gesund sind, ernährungsphysiologisch bedarfsgerecht sind und gesundheitliche Vorteile in der Prävention und der Behandlung bestimmter Krankheiten bieten. Eine gut geplante vegetarische Ernährungsform ist für Menschen aller Altersstufen geeignet, eingeschlossen Schwangere, Stillende, Kleinkinder, Kinderheranwachsende und Sportler. Die Ärztekommission PCRM, The Physicians Committee for Responsible Medicine, Ärztekommission für verantwortungsbewusste Medizin, ist eine gemeinnützige Organisation, die präventive Medizin fördert, klinische Forschung durchführt und höhere Standards für Ethik und Effizienz in der Forschung fördert. Die PCRM empfiehlt die vegane Ernährung als die gesündeste Ernährung und begründet dies auch logisch nachvollziehbar. Vegane Ernährung, die keinerlei tierlichen Produkte enthält, ist sogar gesünder als vegetarische Ernährung. Vegane Ernährung enthält kein Cholesterin und sogar weniger Fett, gesättigte Fettsäuren und Kalorien als vegetarische Ernährung, weil sie keine Milchprodukte und Eier enthält. Die wissenschaftliche Forschung zeigt, dass die gesundheitlichen Vorteile zunehmen, wenn die Menge der Nahrung aus tierlichen Quellen in der Ernährung verringert wird, was die vegane Ernährung zur gesündesten insgesamt macht. Prof. Dr. T. Colin Campbell, Autor der Ernährungsstudie The China Study, erklärt die Vorteile einer veganen Ernährung so. Die überwiegende Mehrheit aller Krebserkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und anderer Formen von degenerativen Erkrankungen können mit der Durchführung einer pflanzlichen Ernährung einfach verhindert werden. Mehr als 40 Jahre war Prof. Dr. T. Colin Campbell einer der weltweit führenden und anerkanntesten Ernährungsforscher. Der emeritierte Professor an der Cornell University hat mehr als 300 Forschungsarbeiten verfasst. Sein Vermächtnis, das China-Projekt, ist die umfassendste Studie über Gesundheit und Ernährung, die jemals durchgeführt wurde. Sie wurde durch staatliche Forschungsgelder der USA und Chinas finanziert. Hier einige Zitate aus dem Buch China Study von Prof. Dr. T. Colin Campbell. Diejenigen Menschen, die die meisten Nahrungsmittel tierischen Ursprungs zu sich nahmen, litten am meisten unter chronischen Erkrankungen. Sogar relativ kleine Nahrungsmittelmengen tierischen Ursprungs waren mit nachteiligen Wirkungen assoziiert. Diejenigen Menschen, die den größten Nahrungsmittelanteil pflanzlichen Ursprungs zu sich nahmen, waren am gesündesten und tendierten dazu, keinerlei chronische Erkrankungen zu haben. Welches Protein erwies sich durchwegs stark und nachhaltig als krebserregend? Casein, das 87% des in der Kuhmilch enthaltenen Proteins ausmacht, förderte alle Stadien des Krebswachstums. Nährstoffe aus Nahrungsmitteln tierischen Ursprungs steigerten das Tumorenwachstum, während Nährstoffe aus pflanzlichen Nahrungsmitteln die Tumorenentwicklung reduzierten. Die enge Verbindung einer tierproteinreichen, fettreichen Ernährung mit Sexualhormonen und einer frühen Menage, von denen beide das Brustkrebsrisiko erhöhen, ist eine wichtige Beobachtung. Sie verdeutlicht, dass wir unsere Kinder keine Kost, die reich an Nahrungsmitteln tierischen Ursprungs ist, konsumieren lassen sollten. Der Konsum tierischen Proteins war in der China Study auf überzeugende Weise mit der Krebshäufigkeit in Familien assoziiert. Die Menschen, die am meisten Tierprotein zu sich nahmen, leiden am häufigsten an Herzerkrankungen, Krebs und Diabetes. Diese Ergebnisse zeigen, dass Herzerkrankungen, Diabetes und Adipositas mithilfe einer gesunden Ernährungsweise reversibel sind, also rückgängig gemacht werden können. Andere Untersuchungen zeigen, dass verschiedene Krebserkrankungen, Autoimmunerkrankungen, der Zustand von Knochen und Nieren, das Sehvermögen und altersbedingte Hirnschäden wie kognitive Störung und Alzheimer in einem überzeugenden Ausmaß durch Ernährung beeinflusst werden. Am wichtigsten ist der Umstand, dass die Ernährungsweise, die diese Erkrankungen rückgängig machte und oder verhindern konnte, aus denselben vollwertigen pflanzlichen Nahrungsmitteln bestand, die sich sowohl in meinen experimentellen Forschungen als auch in der China Study als optimal gesundheitsfördernd erwiesen hatten. Die Ergebnisse stimmten überein. Die jetzigen wissenschaftlichen Belege von Forschern auf der ganzen Welt zusammengetragen, zeigen, dass die gleiche Ernährung, die für die Krebsprävention gut ist, genauso gut für die Prävention von Herzerkrankungen ist, genauso gut wie für Adipositas, Diabetes, Katarakt, Linsentrübung, Makuladegeneration, Alzheimer, kognitive Störungen, Multiple Sklerose, Osteoporose und andere Erkrankungen. Darüber hinaus kann diese Ernährung jedem nützen, unabhängig von der jeweiligen genetischen Veranlagung oder der persönlichen Disposition. Allen diesen Erkrankungen und vielen anderen liegt dieselbe Ursache zugrunde. Eine ungesunde, größtenteils toxische Ernährungs- und Lebensweise, die einen Überschuss von krankheitsfördernden Faktoren und einen Mangel an gesundheitsfördernden Faktoren aufweist. In anderen Worten ausgedrückt die westliche Ernährung. In umgekehrter Richtung gibt es eine Ernährungsform, die allen diesen Krankheiten entgegenwirkt. Eine Ernährung, die auf vollwertigen Nahrungsmitteln pflanzlichen Ursprungs basiert. Kurz gesagt handelt es sich dabei um den vielfältigen Gesundheitsnutzen pflanzlicher Nahrungsmittel und die weitgehend unbeachteten Gesundheitsrisiken von Nahrungsmitteln tierischer Herkunft, welche alle Fleischarten, Milchprodukte und Eier beinhalten. Ich war zu der Erkenntnis gekommen, dass einige unserer hochgepriesenen Konventionen falsch sind und die wahre Gesundheit in großem Ausmaß verschleiert wurde. Am bedauerlichsten ist, dass die ahnungslose Öffentlichkeit den höchsten Preis bezahlt hat. Ich will verwirrungsstiftende Informationen beseitigen, Gesundheit wieder einfach machen und dabei meine Behauptungen auf wissenschaftliche Beweise stützen, die aus Forschungen resultieren, die von Fachleuten durchgeführt wurden. Eine der für mich persönlich erfreulichsten Erkenntnisse der Ernährungsforschung ist, dass gute Ernährung und gute Gesundheit einfach zu erreichen sind. Der biologische Zusammenhang zwischen Essen und Gesundheit ist außerordentlich komplex, aber die Botschaft ist dennoch einfach. Die Empfehlungen aller maßgeblichen Studien sind so einfach, dass ich sie in einem einzigen Satz zusammenfassen kann. Essen Sie vollwertige pflanzliche Nahrungsmittel und reduzieren Sie den Konsum von raffinierten, Erklärung verarbeiteten, mit Salzen und Fetten angereicherten Speisen auf ein Mindestmaß. Egal ob Wissenschaftler, Ärzte und politische Entscheidungsträger daran glauben, dass die Öffentlichkeit etwas ändern wird oder auch nicht, so muss der Laie darüber Bescheid wissen, dass eine Ernährung, die auf vollwertigen pflanzlichen Nahrungsmitteln basiert, bei Weitem die gesündeste Ernährungsform ist. Dr. Caldwell B. Esselstyn wurde 1994-95 zum besten Arzt der USA ernannt. Er führte zum Beispiel den ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton zu einer veganen Ernährung. Dr. Esselstyn schrieb das Buch Prevent and Reverse Heart Disease. In diesem Buch berichtet er über seine in den 80er und 90er Jahren durchgeführte Studie mit schwerherzkranken Patienten, denen durch Medikamente oder Operationen nicht mehr zu helfen war und die oftmals nicht mehr lange zu leben hatten. Alle Patienten, die sich strikt an seine fettarme vegane Ernährung hielten, überlebten nicht nur bis zur Fertigstellung seines Buches, sondern gewannen sogar ihre Gesundheit zurück. Nach den Erkenntnissen von Dr. Esselstyn und anderen Wissenschaftlern braucht keine koronale Herzerkrankung jemals zu entstehen, weil sie alle ernährungsbedingt durch Fleisch, Milch, Milchprodukte, Eier und Fisch verursacht werden. Dr. Esselstyn erklärt deshalb auch deutlich, warum auch eine vegetarische Ernährung nicht gesund ist. Der Verzehr von Fett bewirkt, dass der Körper selbst hohe Mengen an Cholesterin produziert, weshalb Vegetarier die Öle, Butter, Käse, Milch, Eis, glasierte Donuts und gefülltes Gebäckessen eine koronale Herzkrankheit entwickeln, obwohl sie Fleisch vermeiden. Dr. Esselstyn betont in allen seinen öffentlichen Auftritten und in seinem Buch, dass nur eine rein pflanzliche Ernährung ohne Tierprodukte gesund ist und Herzkrankheiten verhüten oder heilen kann. Er lehnt jede Abweichung von einer streng veganen Ernährung ab. Der Schlüssel zum Erfolg besteht darin, auch die Details zu beachten. In unserem Programm eliminieren wir die Aufnahme aller Bausteine der Arteriosklerose vollständig, ohne Ausnahme. Patienten müssen den Satz »Ein bisschen kann nicht schaden« aus ihrem Vokabular und Denken streichen. Heute wissen wir, dass das Gegenteil richtig ist. Schon ein bisschen kann schaden und schadet auch tatsächlich. Trotz der überwältigend eindeutigen Beweislage aufgrund der seriösen wissenschaftlichen Fakten verbreiten große Teile der Presse, unwissende Ärzte und vermeintliche Ernährungsexperten lieber Unwahrheiten und Irreführungen der Tierindustrie und falsche Lehrmeinungen vergangener Zeiten. Insgesamt ist dies ein gesundheitspolitischer Skandal ersten Ranges. Die Prävention, also die Verhütung von Krankheiten, sollte ja müsste mindestens einen so wichtigen Rang in der Medizin einnehmen wie die Behandlung von Krankheiten. Aber im milliardenschweren Gesundheitssystem wird das große Geld mit den Behandlungen von chronischen ernährungsbedingten Krankheiten verdient. Massive präventive Gesundheitspolitik würde dieser Gesundheitsindustrie einen Großteil ihrer Geschäftsgrundlagen entziehen. Kein Wunder, dass bei dieser unglückseligen Gemengelage von Gesundheits- und Tierindustrie und massiver Fehlinformation die Prävention von Erkrankungen durch eine gesunde Ernährung weitgehends auf der Strecke bleibt. So schließt sich der Kreis, bei dem Menschen, Tiere und Umwelt massiv Schaden nehmen. Somit bleibt nur das Eigeninteresse desjenigen Bürgers, die er mit einem Mindestmaß an Vernunft und Intellekt ausgestattet ist, im Interesse seiner Gesundheit auf seine Ernährung selbst zu achten. Eine richtig durchgeführte, abwechslungsreiche, vegane Ernährung ist die gesündeste Kostform und die einzig wirklich gesunde Ernährung für den Menschen. Allerdings wird aus einer Ernährung, aus der man lediglich Fleisch, Milch, Käse, Eier und Fisch weglässt, nicht automatisch eine gesunde Nahrung. Denn eine falsch zusammengestellte, nicht abwechslungsreiche, vegane Ernährung mit zu viel raffinierten Zuckern und zu vielen zugesetzten Ölen und Fetten ist auch ungesund. Dies gilt trotz der in vielen wissenschaftlichen Ernährungsstudien festgestellten Tatsache, dass die Mehrzahl der sich vegetarisch und vegan ernährenden Menschen einen besseren Gesundheitsstatus aufweisen als Fleischesser. Bei der veganen Ernährung verdient die Versorgung mit Vitamin B12 besondere Beachtung, denn Vitamin B12 wird nur von Mikroorganismen, Bakterien, gebildet. Es findet sich daher vor allem in leicht verderblichen tierlichen Produkten wie Fleisch, Innereien und Milch. Es gibt Hinweise darauf, dass pflanzliche Nahrungsmittel unter bestimmten Bedingungen auch genügend Vitamin B12 enthalten können. Da dies aber eine zu unsichere Quelle darstellt, wird an dieser Stelle nicht darauf eingegangen. Die Möglichkeit einer Unterversorgung mit Vitamin B12 wird ständig als das große Argument gegen eine vegane Ernährung von vermeintlichen Experten angeführt. Dabei leiden mehr Mischköstler unter einem Vitamin B12-Mangel als Veganer. Damit die vegane Ernährung tatsächlich auch die gesündeste Ernährung ist, muss man die Regel einer abwechslungsreichen Kost einhalten und auf eine angemessene Vitamin B12-Zufuhr achten. Aus ärztlicher Sicht ist bei einer veganen Ernährung eine zusätzliche Versorgung mit Vitamin B12 durch angereicherte Lebensmittel, Säfte, Frühstückscerealien, Sojamilch und so weiter und einem Vitamin B12-Nahrungsergänzungspräparat aus Vorsichtsgründen unbedingt zu empfehlen. Alternativ dazu kommt nur eine regelmäßige Überprüfung der Vitamin B12-Konzentration im Blut in Frage. Vergleicht man aber das Einhalten dieser kleinen Regel mit den erwiesenen großen gesundheitlichen Gefahren durch den Verzehr von Fleisch, Milch, Käse, Eiern und Fisch, so erkennt man sofort, wie unsinnig es wäre, nur wegen Vitamin B12 gesundheitsschädliche Tierprodukte zu essen. Es wäre nicht nur völlig unverhältnismäßig, es wäre ein Irrsinn, einen eventuellen Mangel an dem Vitamin B12, der noch nicht einmal sicher ist und leicht durch angereicherte Nahrungsmittel und ein Nahrungsergänzungsmittel behoben werden kann, durch eine massive gesundheitliche Gefährdung durch Tierprodukte ausgleichen zu wollen. Lesen Sie bitte das Buch China Study von Prof. Dr. Campbell. Noch besser, studieren Sie dieses Buch. Es wird mit Sicherheit das wichtigste Buch Ihres Lebens sein. Es geht um Ihre Gesundheit, um die Qualität Ihres Lebens im Alter, aber auch um die Gesundheit und das Leben Ihrer Kinder, für die Sie die Verantwortung tragen. Dr. Esselstyn erinnert in seinem Buch Prevent and Reverse Heart Disease daran, dass im Alter von nur zwölf Jahren 70 Prozent aller amerikanischen Kinder durch die typische westliche Ernährung mit Fleisch, Milch, Milchprodukten und raffinierten Zuckern Fettablagerungen in ihren Arterien aufweisen, also die direkten Vorläufer einer Herzerkrankung. Dazu passt die Angabe von Prof. Campbell. Eine Untersuchung an im Krieg gefallenen amerikanischen Soldaten, die im Durchschnitt nur 22 Jahre alt waren, ergab, dass 77,3 Prozent der untersuchten Herzen ausgeprägte Anzeichen für eine Herzerkrankung aufwiesen. Im Alter von 22 Jahren. Übergewichtige und Untaugliche wurden vorher schon ausgemustert. Jedes Kind verdient durch die gesündeste Ernährung die bestmöglichen Startchancen ins Leben bei bester körperlicher und geistiger Gesundheit zu erhalten. Jedem Kind steht deshalb eine gesunde, abwechslungsreiche, vegane Ernährung zu. Eine der wichtigsten Verantwortungen der Eltern beziehungsweise der Erziehungsberechtigten liegt darin, sich im Interesse ihrer Kinder seriöses, wissenschaftlich fundiertes Ernährungswissen anzueignen und dieses konsequent in der Praxis umzusetzen. Sorgen Sie auch für das Leben und die Gesundheit Ihrer Haustiere, für die Sie auch die Verantwortung tragen. Denn die vegane Ernährung ist nicht nur für Menschen am gesündesten. Selbst Haustiere, insbesondere Hunde, sind bei einer richtig durchgeführten veganen Ernährung gesünder und leben auch länger. Sowohl die umfangreichen Erfahrungen mit veganen Haustieren als auch die experimentellen Daten von Professor Campbell bestätigen dies. Mein eigener vegan ernährter Hund Felix wurde 19 Jahre alt. Eine Erfahrung habe ich im Laufe der Jahre immer wieder gemacht. Wer gegen vegane Ernährung ist, weiß zu wenig darüber oder er verdient an tierlichen Produkten. Zur Umstellung auf eine vegane Ernährung sagt Professor Campbell, der erste Monat kann eine Herausforderung sein, aber danach wird es viel leichter. Und für viele von ihnen wird es ein wahrer Genuss werden. Ich weiß, dass es schwer zu glauben ist, bevor man es selbst erlebt hat, aber ihr Geschmackssinn ändert sich, wenn sie nur pflanzliche Nahrungsmittel zu sich nehmen. Im Endeffekt ist es so, dass sie pflanzliche Nahrungsmittel mit großer Freude und großer Befriedigung genießen werden können, wenn auch die Übergangsphase eine Herausforderung in psychologischer und praktischer Hinsicht darstellen kann. Es braucht Zeit und ein wenig Anstrengung. Vielleicht bekommen sie von ihren Freunden und von ihrer Familie keinerlei Unterstützung. Aber der gesundheitliche Nutzen ist nichts Geringeres als ein Wunder. Und sie werden überrascht sein, wie leicht es ist, wenn sie einmal neue Gewohnheiten entwickelt haben. Referenzen und zum weiteren Studium empfehlenswerte Bücher können Sie in der Vegan-Broschüre nachlesen oder auf www.pro-vegan.info einsehen. Weltweit hungern etwa eine Milliarde Menschen. Jede Sekunde stirbt auf diesem Planeten ein Mensch an Hunger. 30 Millionen Menschen im Jahr. Täglich sterben zwischen 6.000 und 43.000 Kinder an Hunger, während ca. 40% der weltweit gefangenen Fische, ca. 50% der weltweiten Getreideernte und ca. 90% der weltweiten Sojaernte an die Nutztiere der Fleisch- und Milchindustrie verfüttert werden. 80% der hungernden Kinder leben in Ländern, die einen Nahrungsüberschuss produzieren. Doch die Kinder bleiben hungrig und verhungern, weil der Getreideüberschuss an Tiere verfüttert bzw. exportiert wird. Die Verfütterung von pflanzlicher Nahrung zur Erzeugung gesundheitlich bedenklicher tierlicher Produkte ist eine Absurdität, ein Skandal und eine Verschwendung der Superlative. Für die Erzeugung von nur einem Kilo Fleisch sind je nach Tierart bis zu 16 Kilo pflanzlicher Nahrung und 10 bis 20 Tonnen Wasser notwendig. Aus der dritten Welt werden pflanzliche Futtermittel für die Nutztierhaltung in die Industrienationen exportiert, obwohl in diesen armen Staaten Kinder und Erwachsene hungern und an Hunger sterben. Sie kennen sicher die bekannte Redewendung Die Tiere der Reichen essen das Brot der Armen. Beispielsweise kam es 1984 nicht deshalb zu einer Hungersnot in Äthiopien, weil die dortige Landwirtschaft keine Nahrungsmittel produziert hat, sondern weil diese Nahrungsmittel nach Europa exportiert und dort an Nutztiere verfüttert wurden. Während der Hungerkrise, die zehntausende Menschen das Leben kostete, importierten europäische Staaten aus Äthiopien Getreide, um damit Hühner, Schweine und Kühe zu füttern. Wäre das Getreide dazu verwendet worden, die äthiopischen Menschen vor Ort zu ernähren, hätte es keine Hungersnot gegeben. In Guatemala sind etwa 75 Prozent der Kinder unter fünf Jahren unterernährt. Trotzdem werden jährlich weiterhin über 17.000 Tonnen Fleisch für den Export in die USA produziert. Für die Mästung dieser Tiere sind gigantische Mengen an Getreide und Soja notwendig, die den unterernährten Kindern nicht zur Verfügung stehen. Anstatt die Hungernden der Welt zu ernähren, nehmen wir ihnen die Nahrung, um damit die gequälten Nutztiere zu mästen und damit unsere krankmachende Sucht nach Fleisch, Eiern und Milch zu befriedigen. Die britische Zeitschrift The Guardian erklärte schon im Jahr 2002, es erscheint jetzt offensichtlich, dass eine vegane Ernährung die einzige ethische Antwort auf das weltweit dringlichste Problem sozialer Ungerechtigkeit, Welthunger, ist. Nach Angaben von Dr. W. Bello, Direktor des Institute for Food and Development Policy, gibt es genug Nahrung auf der Welt für alle. Aber tragischerweise wird ein Großteil der Nahrung und Fläche der Welt dazu benutzt, Rinder und andere Nutztiere zu erzeugen, also Nahrung für die Reichen, während Millionen Kinder und Erwachsene an Fehl- und Unterernährung leiden. Die Aussage des World Watch Institute ist eindeutig. Fleischverzehr ist ein ineffizienter Nutzen des Getreides. Das Getreide wird effizienter genutzt, wenn die Menschen es verziehen. Ein ständiges Ansteigen der Fleischerträge hängt davon ab, ob Tierengetreide gefüttert wird, was zu einem Konkurrenzkampf um Getreide zwischen der zunehmenden Zahl an Fleischessern und den Armen dieser Welt führt. Die bereits oben erwähnte Dr. W. Bello, Direktor des Institute for Food and Development Policy, betont, dass das Züchten von Tieren für Fleisch eine Ressourcenverschwendung ist. Fastfood-Ernährung und die Gewohnheit des Fleischverzehrs unter den Reichen auf dem Planeten unterstützt ein globales Nahrungssystem, das Nahrungsmittelressourcen von den Hungernden abzieht. Philip Wallen ist der ehemalige Vizepräsident der Citibank, der im Alter von 34 Jahren vom australischen Magazin für Wirtschaft in die Top-40-Liste der einflussreichsten Führungskräfte aufgenommen wurde. Mit 40 Jahren änderte er sein Leben völlig, weil es seinen Beitrag gegen die Verbrechen an Tieren, Menschen und Umwelt leisten wollte. Wenn ich um die Welt reise, sehe ich, wie arme Länder ihr Getreide an den Westen verkaufen, während ihre eigenen Kinder in ihren Armen verhungern. Und der Westen verfüttert dieses Getreide an ihre Nutztiere. Nur damit wir ein Steak essen können? Bin ich denn der Einzige, der sieht, dass das ein Verbrechen ist? Glauben Sie mir, jedes Stück Fleisch, das wir essen, ist ein Schlag in das verweinte Gesicht eines hungrigen Kindes. Wenn ich diesem Kind in die Augen blicke, wie kann ich dann noch schweigen? Die Erde kann genug Nahrung produzieren, um die Bedürfnisse aller Menschen, nicht jedoch die Gier aller Menschen zu befriedigen. Zwei Zitate von Jean Ziegler, ehemaliger Schweizer Nationalrat und UNO-Sonderbeauftragter. Die weltweite Getreideernte ist rund zwei Milliarden Tonnen pro Jahr. Über 500.000 werden dem Vieh der reichen Nationen verfüttert, während in den 122 Ländern der dritten Welt pro Tag, nach UNO-Statistik, 43.000 Kinder am Hunger sterben. Diesen fürchterlichen Massenmord will ich nicht mehr mitmachen. Kein Fleisch zu essen ist ein minimaler Anfang. Ein Kind, das heute am Hunger stirbt, wird ermordet. Von wem ermordet? Von allen, die an diesem System beteiligt sind. Also auch genau von den Konsumenten, die durch ihre Käufe dieses System finanzieren. Die Politik, insbesondere die EU, subventioniert entgegen jeder Vernunft und Moral die Fleisch- und Milchindustrie massiv mit Steuergeldern. Die EU-Agrarsubventionen machen knapp die Hälfte des EU-Haushalts aus, mehr als 50 Milliarden Euro im Jahr. Die Absurdität und Widersinnigkeit der EU-Subventionen wird auch dadurch deutlich, dass man einerseits Kampagnen gegen den Tabakkonsum finanzierte, gleichzeitig aber bis zum 01.01.2010 über viele Jahre hinweg den Tabakanbau subventionierte und damit Steuergelder verschwendete. Fischfangflotten aus den Industrienationen wie den USA, Japan und Europa erwerben die Fischereirechte für Fanggebiete rund um arme Länder wie Afrika und Südamerika. Nachdem sie die dortigen Meere geplündert haben, ziehen sie weiter und lassen ein verwüstetes Ökosystem und hungernde Einheimische zurück. In einem Artikel der britischen Zeitung The Guardian heißt es dazu, wir können Fisch essen, doch nur wenn wir bereit sind zum Zusammenbruch der Meeresökosysteme und, weil europäische Flotten die Meere vor Westafrika plündern, zum Hunger der ärmsten Menschen der Welt beizutragen. Man kommt unmöglich um die Schlussfolgerung herum, dass die einzig tragbare und sozial gerechtfertigte Option die ist, dass die Bewohner der reichen Welt, wie die meisten Menschen dieser Erde, weitgehend vegan werden. Jeder von uns trifft jeden Tag die Entscheidung, ob er sich durch den Konsum von Fleisch, Milch, Käse und Eiern am System der Nutztierindustrie beteiligt. Mit all den brutalen Folgen für die Umwelt, die Hungernden und die Tiere dieser Welt. Zum weiteren Studium sehr zu empfehlen Food Revolution – Ernährung Der Weg zu einem gesunden Leben in einer gesunden Welt von John Robbins Vegan – die moralischen Gründe In unserer Gesellschaft gilt es als völlig normal und moralisch zulässig, Tiere zum Nutzen des Menschen auszubeuten, zum Beispiel Milchkühe, zu quälen, zum Beispiel Tierversuche und zu töten, zum Beispiel Schlachttiere. Die Evolution hat den Menschen mit den Fähigkeiten und Mitteln ausgestattet, diese Ausbeutung der Tiere zu realisieren. Ein privilegierender und verführerischer Umstand für den Menschen, weil er sich mit der Macht des Stärkeren das Recht des Stärkeren verleihen kann. Das Recht des Stärkeren ist somit die Grundlage für die Ausbeutung, das Quälen und Töten von Tieren. Allerdings ist es ein in unserer Gesellschaft allgemein anerkanntes, elementares Kennzeichen von Moral, das sie gerade nicht auf dem Recht des Stärkeren gründet. Echte moralische Werte dulden auch keine willkürliche Anwendung durch den Stärkeren je nach seiner eigenen Interessenslage. Ein Recht des Stärkeren und echte moralische Werte sind Gegensätze, die sich ausschließen. Da ein Recht des Stärkeren mit den in unserer Gesellschaft allgemein anerkannten moralischen Werten nicht in Übereinstimmung zu bringen ist, ja gerade durch Moral die Willkür des Stärkeren überwunden werden soll, ist zu überprüfen, ob diese Ausbeutung der schwächeren Tiere durch den Menschen tatsächlich schlüssig und widerspruchsfrei mit einer echten Moral in Übereinstimmung zu bringen ist. Um die Ausbeutung der Tiere moralisch zu legitimieren, bedient sich die Gesellschaft eines ethischen Spezialkonstrukts. Die Spezies Mensch postuliert für sich selbst, dass ihr ein höherer Wert inne wohnt und schließt die Spezies Tier aus den sonst geltenden ethischen Wertsmaßstäben aus. Die Macht des Stärkeren ermöglicht die Erhöhung des eigenen Werts und den Ausschluss der Tiere. Dieses Spezialkonstrukt zur Ausbeutung der Tiere kann ganz einfach nach den Gesetzen der Logik überprüft werden, ob es mit einer echten Moral zu vereinbaren ist. Wie bereits beschrieben ist aber das Kennzeichen echter Moral, dass sie nicht vom Recht des Stärkeren und ihre Gültigkeit auch nicht von der Interessenslage des Stärkeren abhängig ist. Stellen wir uns einmal vor, es existiere ein Super-Lebewesen auf einer höheren Evolutionsstufe mit erheblich größerer Körperkraft und bedeutend höherer Intelligenz im Vergleich zum Menschen. Durchaus denkbar, dass Wissenschaftler dies durch gentechnologische Verfahren bzw. Optimierung der Gene zur Realität werden lassen können. Diese Spezies der Super-Lebewesen wäre dann der Spezies Mensch so überlegen, wie jetzt der Mensch dem Tier überlegen ist. Selbstverständlich postuliert auch die Spezies Super-Lebewesen für sich einen höheren Wert im Vergleich zum Menschen. Selbstverständlich wird auch der Mensch aus dem für die Super-Lebewesen geltenden moralischen Wertesysteme in ein analoges ethisches Spezialkonstrukt ausgeschlossen. Hätten dann diese Super-Lebewesen ein moralisches Recht des Stärkeren, Menschen in Massenhaltungen bzw. KZs ihr Leben lang zu quälen, Menschen in Schlachthäusern teilweise betäubungslos zu schlachten, Menschenmütter immer wieder zu schwängern, um deren Milch zu stehlen, den ständig geschwängerten Menschenmüttern ihre Kinder wegzunehmen, damit die Menschenbabys nicht die Milch trinken, die den Menschenmüttern weggenommenen Menschenbabys zu töten und zu Fleisch und Wurst zu verarbeiten, BSE-Menschen und deren Verwandte in Massenvernichtungsanlagen zu ermorden, Menschen tagelang ohne Nahrung und Wasser zu transportieren, an Menschen Medikamente mit allen damit verbundenen Qualen zu testen, grausamste wissenschaftliche Versuche an Menschen durchzuführen, an Menschen Giftstoffe zu testen, um die tödliche Dosis herauszufinden, Tötungsrituale an Menschen in Stierkampfarenen als Kultur zu feiern, Menschen in Gefängnissen zur Schau zu stellen und diese als Zoo zu bezeichnen, Menschen unter Zwang Kunststücke vorführen zu lassen und dies Zirkus zu nennen, Menschenjagd als Sport, ja sogar als Hege und Pflege der Natur zu bezeichnen, ein Menschenschutzgesetz zu erlassen, welches es als vernünftig erklärt, Menschen teilweise sogar betäubungslos zu töten, um ihr ungesundes Fleisch zu essen und ihre Haut als Leder zu tragen, Menschenversuche zu machen, um Medikamente zu testen, die gegen die durch den ungesunden Menschenfleischkonsum ausgelösten Krankheiten wirken sollen. Sie finden also, dass es jeglicher echten Moral widersprechen würde, wenn überlegene Superlebewesen Sie und Ihre Liebsten so behandeln würden? Warum eigentlich? Die Superlebewesen sind doch genau in der Position gegenüber Ihnen, die Sie heute gegenüber den Tieren einnehmen. Das Recht des Stärkeren stellt doch real die moralische Begründung heute dafür dar, dass Sie als Mensch das Fleisch der Tiere essen und in dieser Gesellschaft alle anderen oben aufgezählten Grausamkeiten an Tieren durch den Kauf tierlicher Produkte in Auftrag geben. Schopenhauer sagte, Mitleid ist die Grundlage der Moral. Mitleid mit dem Schwächeren, der mir ausgeliefert ist. Natürlich fordern Sie als mitfühlender Mensch zu Recht, dass ein Superlebewesen nur dann moralisch handelt, wenn es die schwächeren Menschen also Sie und Ihre Liebsten schont. Wenn Sie aber die Ausbeutung der Spezies Mensch durch die überlegene Spezies Superlebewesen aufgrund der Macht des Stärkeren für unmoralisch halten, dann ist es logisch zwingend, dass auch die Ausbeutung der Spezies Tier durch die Spezies Mensch aufgrund der exakt identischen Ausgangslage das exakt identische moralische Unrecht darstellt. Folglich handeln wir als Menschen aber nur dann moralisch, wenn wir die schwächeren Tiere schonen, die uns ausgeliefert sind, also wenn wir durch unser Konsumverhalten an der Ladentheke keinen Auftrag zur grausamen Ausbeutung der schwächeren Tiere geben. Oder gelten für sie moralische Werte nur dann, wenn sie ihn nutzen und sie vor der Macht des Stärkeren schützen. Wenn Moral beliebig ist, also von der eigenen Position der Stärke oder Schwäche abhängig ist, dann ist sie keine echte Moral, sondern Scheinmoral zum Durchsetzen brutaler egoistischer Ansprüche gegenüber hilflosen Schwächeren. Scheinmoral als psychologisches Hilfskonstrukt, um die eigene Beteiligung an diesen Verbrechen schön zu färben, damit das Gewissen sich nicht meldet. Was ist das für eine Moral, die wir nur dann anerkennen, wenn wir daraus einen brutalen egoistischen Vorteil auf Kosten der Schwächeren erlangen, die identische Moral aber dann auf einmal nicht mehr akzeptieren möchten, wenn wir selbst durch stärkere massives Leid Ausbeutung und Tod ertragen müssen. Vermeidliche Moral wird als Scheinmoral, Unmoral und als moralisches Verbrechen entlarvt. Somit ist offenbar und bewiesen, dass das in unserer Gesellschaft praktizierte ethische Spezialkonstrukt in Bezug auf Tiere in Wahrheit eine verquere, unschlüssige Scheinmoral darstellt, um die Verbrechen an Schwächeren zu rechtfertigen. Die durch Scheinmoral legitimierten Verbrechen werden zudem in sogenannten Tierschutzgesetzen legalisiert, sodass sie auf den ersten Blick moralisch einwandfrei erscheinen und so kaum hinterfragt werden. Die Beweisführung nach den Regeln der Logik, dass eine leicht entlarvbare Unmoral die Grundlage für die Ausbeutung der Tiere darstellt, ist evident und jetzt für jeden nachvollziehbar. Nun können Sie entscheiden. Beteiligen Sie sich an den Verbrechen gegenüber Schwächeren durch Konsum tierlicher Produkte unter dem Deckmantel der Scheinmoral? Oder geben Sie in Ihrem Leben einer echten, unteilbaren Moral eine Chance, die auch die Schwächeren mit einbezieht? Zum weiteren Studium sehr zu empfehlen Food Revolution – Ernährung – der Weg zu einem gesunden Leben in einer gesunden Welt von John Robbins Vegan – für Tierschutz und Tierrechte Die Quantität und Qualität der Tierausbeutung durch den Menschen ist auf Anhieb gar nicht richtig erkennbar. Sie geschieht hinter hohen Mauern, damit den Auftraggebern, also den Konsumenten, nicht der Appetit auf Fleisch, Milch und Eier vergeht. Zwar sehen wir hin und wieder TV-Berichte und Filmbeiträge über die Zustände in Tierfabriken, in Schlachthöfen, bei Tiertransportern und so weiter, deren schlimme Zustände aber schnell von der Tierindustrie und der Politik mit Standardbeschwichtigungen, Ausnahmen, gefälscht, manipuliert, nicht aktuell und so weiter abgetan werden, um die Konsumenten zu beruhigen. Wenn man aber als unbefangener Normalbürger tiefer in das Thema eindringt, dann erkennt man recht schnell, wie extrem die Situation der Tiere wirklich ist. Am besten kann man sich durch eine persönliche In-Augenschein-Nahme vor Ort und durch Filme informieren. Texte wirken eher verharmlosend. Der Bericht der ehemaligen Tiermedizinstudentin und heutigen Tierärztin Christiane M. Haupt über ihre Erlebnisse in der ganz normalen Tierindustrie gibt aber einen ersten guten Einblick. Er wird nachfolgend ungekürzt wiedergegeben. Um eines kleinen Bissens Fleisches Willen. Es werden nur Tiere angenommen, die tierschutzgerecht transportiert werden und ordnungsgemäß gekennzeichnet sind, steht auf dem Schild über der Betonrampe. Am Ende der Rampe liegt steif und bleich ein totes Schwein. Ja, manche sterben schon während des Transportes Kreislaufkollaps. Was für ein Glück, dass ich die alte Jacke mitgenommen habe. Obwohl erst Anfang Oktober ist es schneidend kalt, aber ich friere nicht nur deswegen. Ich vergrabe die Hände in die Taschen, zwinge mich zu einem freundlichen Gesicht und dazu dem Direktor des Schlachthofes zuzuhören, der mir eben erklärt, dass man längst keine Lebenduntersuchung mehr vornimmt, nur eine Lebendbeschau. 700 Schweine pro Tag, wie sollte das auch gehen? Es sind eh keine kranken Tiere dabei. Die würden wir sofort zurückschicken und das kostet den Anlieferer eine empfindliche Strafe. Das macht er einmal und dann nicht wieder. Ich nicke pflichtschuldig. Durch, nur durchhalten. Du musst diese sechs Wochen hinter dich bringen. Was passiert mit Krankenschweinen? Da gibt es einen ganz speziellen Schlachthof. Ich erfahre einiges über die Transportverordnungen und wie viel genauer man es heutzutage mit dem Tierschutz nimmt. Das Wort an diesem Ort gesprochen klingt makaber. Inzwischen hat sich der vielstimmig grunzende und quiekende Doppeldecktransporter unter uns bis an die Rampe heranrangiert. Einzelheiten sind in der morgendlichen Dunkelheit kaum auszumachen. Die Szenerie hat etwas Unwirkliches und gemahnt an jene gespenstischen Wochenschauen aus dem Krieg, an graue Waggonreihen voller ängstlicher, bleicher Gesichter, an Laderampen, über die geduckte Menschenmengen von gewehrtragenden Männern getrieben werden. Plötzlich bin ich mittendrin. So etwas träumt man in bösen Träumen, aus denen man schweißgebadet aufschreckt. In mitten wabernden Nebels, in eises Kälte und schmutzigem Zwielicht, dieses unnennbar böse Bauwerk, dieser flache, anonyme Klotz aus Beton und Stahl und weißen Kacheln, ganz hinten am frosterstarrten Waldrand. Hier geschieht das Unaussprechliche, wovon niemand wissen will. Die Schreie sind das Erste, was ich höre an jenem Morgen, als ich eintreffe, um ein Pflichtpraktikum anzutreten, dessen Verweigerung für mich fünf verlorene Studienjahre und das Scheitern aller Zukunftspläne bedeutet hätte. Aber alles in mir, jede Faser, jeder Gedanke ist Verweigerung, ist Abscheu und Entsetzen und das Bewusstsein nicht steigerbarer Ohnmacht. Zusehen müssen, nichts tun können und sie werden dich zwingen mitzumachen, dich ebenfalls mit Blut zu besudeln. Schon aus der Ferne, als ich aus dem Bus steige, treffen die Schreie der Schweine mich wie ein Messerstich. Sechs Wochen lang werden sie mir in den Ohren gellen, Stunde für Stunde ohne Unterlass. Durchhalten. Für dich ist es irgendwann zu Ende, für die Tiere nie. Ein kahler Hof, einige Kühltransporter, Schweinehälften am Haken in einer grell erleuchteten Türe. Alles peinlich sauber. Das ist die Vorderfront. Ich suche nach dem Eingang. Er ist seitlich gelegen. Zwei Viehtransporter fahren an mir vorbei, gelbe Scheinwerfer im Morgendunst. Mir weist ein fahles Licht den Weg, erleuchtete Fenster. Ein paar Stufen, dann bin ich drinnen. Und jetzt ist alles weiß gekachelt. Keine Menschenseele zu sehen. Ein weißer Gang. Da. Der Umkleideraum für Damen. Fast sieben Uhr. Ich ziehe mich um. Weiß, weiß, weiß. Der geliehene Helm schaukelt grotesk auf den glatten Haaren. Die Stiefel sind zu groß. Ich schlurfe wieder in den Gang. Stoße beinahe mit dem zuständigen Veterinär zusammen. Artige Begrüßung. Ich bin die neue Praktikantin. Bevor es losgeht, die Formalitäten. Ziehen Sie sich mal was Warmes an, gehen Sie zum Direktor und geben Sie Ihr Gesundheitszeugnis ab. Dr. XX sagt Ihnen dann, wo Sie anfangen. Der Direktor ist ein jovialer Herr, der mir erst einmal von den guten alten Zeiten erzählt, als der Schlachthof noch nicht privatisiert war. Dann hört er leider damit auf und beschließt, mich persönlich herumzuführen. Und so komme ich also auf die Rampe. Rechter Hand, kahle, Betongevierte, von eisigen Stahlstangen umgeben. Einige sind bereits mit Schweinen gefüllt. Wir beginnen hier um fünf Uhr morgens. Geschubse hier und da, Kabelein, ein paar neugierige Rüssel schieben sich durch die Gitter. Pfiffige Augen. Andere unstet und verwirrt. Eine große Sau geht beharrlich auf eine andere los. Der Direktor angelt nach einem Stock und schlägt sie mehrfach auf den Kopf. Die beißen sich sonst ganz böse. Unten hat der Transporter eine Holzklappe heruntergelassen. Die vordersten Schweine schrecken vor dem wackeligen und abschüssigen Übergang zurück. Doch von hinten wird gedrängelt, da ein Treiber dazwischen geklettert ist und kräftige Hebe mit einem Gummischlauch austeilt. Ich werde mich später nicht mehr wundern, über die vielen roten Stremen auf den Schweinehälften. Der Elektrostab ist für Schweine inzwischen verboten, doziert der Direktor. Einige Tiere wagen strauchelnd und unsicher die ersten Schritte, dann wogt der Rest hinterher. Eins rutscht mit dem Bein zwischen Klappe und Rampe, kommt wieder hoch, hinkt weiter. Sie finden sich zwischen Stahlverstrebungen wieder, die sie unentringbar in einen noch leeren Pferch führen. Wenn es um die Ecke geht, verkeilen sich die vorderen Schweine alle steckenfest und der Treiber flucht wütend und trischt auf die Hintersten ein, die panisch versuchen, auf ihre Leidensgenossen zu springen. Der Direktor schüttelt den Kopf. Hirnlos, einfach hirnlos. Wie oft habe ich schon gesagt, dass es doch nichts bringt, die Hintersten zu prügeln. Während ich noch wie erstarrt dieses Schauspiel verfolge, das ist bestimmt alles nicht wahr, du träumst, wendet er sich ab und begrüßt den Fahrer eines weiteren Transporters, der neben den anderen gefahren ist und sich jetzt zum Ausladen bereit macht. Warum es hier viel schneller geht, aber auch noch mit viel mehr Geschrei vonstatten geht, sehe ich erst, als hinter den emporstolpernden Schweinen ein zweiter Mann aus dem Laderaum auftaucht. Denn was nicht schnell genug ist, wird von ihm mit Elektroschocks bedacht. Ich starre den Mann an, dann den Direktor, und dieser schüttelt ein weiteres Mal den Kopf. Also Sie wissen doch, das ist bei Schweinen jetzt verboten. Der Mann blickt ungläubig, dann steckt er das Gerät in die Tasche. Von hinten stupst mich etwas in die Kniekehle. Ich fahre herum und blicke in zwei wache, blaue Augen. Viele Tierfreunde kenne ich, die enthusiastisch schwärmen von den ach so seelenvollen Katzenaugen dem treuen Hundeblick. Wer spricht von der Intelligenz und neugierenden Augen eines Schweines? Ich werde diese Augen sehr bald noch anders kennenlernen, stumm schreiend vor Angst. Von Schmerzen stumpf, dann blicklos, gebrochen, aus den Höhlen gerissen, über den blutverschmierten Boden kollernd. Messerscharf streift mich ein Gedanke, den ich in den folgenden Wochen monoton noch viele hundert Male im Geiste wiederholen werde. Fleisch essen ist ein Verbrechen. Ein Verbrechen. Danach ein kurzer Rundgang durch den Schlachthof. Im Pausenraum beginnend eine offene Fensterfront zur Schlachthalle. In unendlicher Folge schwebend am Fließband fahle, blutige Schweinehilften. Dessen ungeachtet sitzen zwei Angestellte beim Frühstück. Wurstbrot. Die weißen Kittel der beiden sind blutverschmiert. Unter einem Gummistiefel hängt ein Fetzenfleisch. Hier ist der unmenschliche Lärm noch gedämpft, der mir wenig später ohrenbetäubend entgegenschlägt, als ich in die Schlachthalle geführt werde. Ich fahre zurück, weil eine Schweinehälfte scharf um die Ecke saust und gegen die nächste klatscht. Sie hat mich gestreift, warm und teigig. Das ist nicht wahr. Das ist absurd. Das ist unmöglich. Alles zugleich stürzt auf mich ein. Schneidende Schreie, das Kreischen von Maschinen, Blechgeklapper, der durchdringende Gestank nach verbrannten Haaren und versenkter Haut, der Dunst von Blut und heißem Wasser, Gelächter, unbekümmerte Rufe, blitzende Messer, durch Sehnen gebohrte Fleischerhaken, daran hängende halbe Tiere ohne Augen und mit zuckenden Muskeln. Fleischbrocken und Organe, die platschend in eine mit Blut gefüllte Rinne fallen, sodass der eklige Sud an mir hochspritzt. Fettige Fleischfasern am Boden, auf denen man ausrutscht. Menschen in Weiß, von deren Kitteln das Blut rinnt, unter deren Helmen oder Käppis Gesichter, wie man sie überall trifft, in der U-Bahn, im Kino, im Supermarkt. Unwillkürlich erwartet man ungeheuer, aber es ist der nette Opa von nebenan. Der flapsige junge Mann von der Straße, der gepflegte Herr aus der Bank. Ich werde freundlich begrüßt. Der Direktor zeigt mir rasch noch die heute leere Rinderschlachthalle. Rinder sind dienstags dran. Übergibt mich dann einer Dame und entteilt, er hat zu tun. Die Tötungshalle können sie sich ja selbst mal in aller Ruhe ansehen. Drei Wochen werden vergehen, ehe ich mich dazu überwinde. Der erste Tag ist für mich noch Galgenfrist. Ich sitze in einem kleinen Zimmerchen neben dem Pausenraum und schnipple Stunde um Stunde kleine Fleischstückchen aus einem Eimer von Proben, den regelmäßig eine blutige Hand aus der Schlachthalle nachfüllt. Jedes Stückchen ein Tier. Das Ganze wird dann portionsweise zerhäckselt, mit Salzsäure angesetzt und gekocht für die Trichinenuntersuchung. Die Dame zeigt mir alles. Man findet niedrig jenen, aber es ist Vorschrift. Am nächsten Tag werde ich dann selbst zu einem Teil der gigantischen Zerstückelungsmaschinerie. Eine rasche Einweisung. Hier, den Rest des Rachenringes entfernen und die Mandibular-Lymphknoten anschneiden. Manchmal hängt noch ein Hornschuh an den Klauen, den dann abmachen. Und ich schneide drauf los. Es muss schnell gehen. Das Band läuft weiter, immer weiter. Über mir werden andere Teile des Kadavers entfernt. Arbeitet der Kollege zu schwungvoll oder staut sich in der Rinne von mir zu viel blutiger Sud, spritzt mir der Breinsgesicht. Ich versuche, zur anderen Seite auszuweichen. Doch da werden mit einer riesigen, wassersprühenden Säge die Schweine zerteilt. Unmöglich kann man hier stehen, ohne nass bis auf die Knochen zu werden. Mit zusammengebissenen Zähnen säble ich weiter. Noch muss ich mich zu sehr eilen, um über all das Grauen nachdenken zu können. Und außerdem höllisch aufpassen, mir nicht in die Finger zu schneiden. Gleich am nächsten Tag leihe ich mir von einer Kommilitonin, die das Ganze schon hinter sich hat, einen Kettenhandschuh. Und höre auf, die Schweine zu zählen, die triefend an mir vorüber gleiten. Auch Gummihandschuhe verwende ich nicht länger. Zwar ist es grässlich, mit bloßen Händen in den warmen Leichen herumzuwühlen. Doch da man sich zwangsläufig bis an die Schultern beschmiert, läuft das klebrige Gemisch der Körperflüssigkeiten ohnehin in die Handschuhe hinein, sodass man sie sich auch gleich sparen kann. Wozu drehen Sie noch Horrorfilme, wenn es das hier gibt? Bald ist das Messer stumpf. Geben Sie her, ich schleife Ihnen das mal. Der nette Opa, in Wahrheit ein altgedienter Fleischbeschauer, zwinkert mir zu. Nachdem er das geschärfte Messer zurückgebracht hat, schwätzt er ein bisschen herum, erzählt mir einen Witz und geht wieder an die Arbeit. Er nimmt mich auch künftig ein bisschen unter seine Fittiche und zeigt mir manchen kleinen Trick, der die Fließbandarbeit erleichtert. Gell? Ihnen gefällt das hier alles nicht? Sehe ich doch. Aber da muss man nun mal durch. Ich kann ihn nicht unsympathisch finden. Er gibt sich große Mühe, mich etwas aufzuheitern. Auch die meisten anderen sind sehr bemüht zu helfen. Sicher machen sie sich lustig über die vielen Praktikanten, die hier kommen und gehen, die erst schockiert, dann mit zusammengebissenen Zähnen ihre Zeit ableisten. Aber sie tun es gutmütig. Schikanen gibt es nicht. Es gibt mir zu denken, dass ich, von einigen wenigen Ausnahmen abgesehen, die hier arbeitenden Leute gar nicht als Unmenschen empfinden kann. Sie sind nur abgestumpft, wie auch ich selbst mit der Zeit. Das ist Selbstschutz. Man kann es sonst nicht ertragen. Nein, die wahren Unmenschen sind all jene, die diesen Massenmord tagtäglich in Auftrag geben, die durch ihre Gier nach Fleisch Tiere zu einem erbärmlichen Dasein und einem noch erbärmlicheren Ende und andere Menschen zu einer entwürdigenden und verrohenden Arbeit zwingen. Langsam werde ich zu einem kleinen Rädchen in dieser ungeheuren Automatik des Todes. Irgendwann im Verlauf der nicht enden wollenden Stunden werden die eintönigen Handgriffe mechanisch und mühsam. Fast erstickt durch die Ohren bedäubende Kakophonie. Das ist ein Missklang. Und die allgegenwart unbeschreiblichen Grauens gräbt sich der Verstand aus den Tiefen bedäubter Sinne empor und fängt wieder an zu funktionieren. Differenziert, ordnet, versucht zu begreifen, aber das ist unmöglich. Als ich zum ersten Mal bewusst erfasse, am zweiten oder dritten Tag, dass ausgeblutete, abgeflammte und zersägte Schweine noch zucken und mit dem Schwänzchen wackeln, bin ich nicht in der Lage, mich zu bewegen. Sie, sie zucken noch, sag ich, obwohl ich ja weiß, dass es nur die Nerven sind, zu einem vorübergehenden Veterinär. Der grinst. Verflixt, da hat einer einen Fehler gemacht. Das ist doch noch gar nicht richtig tot. Gespenstischer Puls durchzittert die Tierhälften überall. Ein Horrorkabinett mich friert bis ins Mark. Wieder daheim lege ich mich aufs Bett und starre an die Decke, Stunde für Stunde, jeden Tag. Meine nächste Umgebung reagiert gereizt. Guck nicht so unfreundlich, lächle mal. Du wolltest unbedingt Tierarzt werden. Tierarzt, nicht Tierschlechter. Ich halte es nicht aus. Diese Kommentare, diese Gleichgültigkeit, diese Selbstverständlichkeit des Mordens. Ich möchte, ich muss sprechen, es mir von der Seele reden, ich ersticke daran. Von dem Schwein möchte ich erzählen, das nicht mehr laufen konnte, mit gegrätschten Hinterbeinen da saß. Dass sie so lange traten und flugen, bis sie es in die Tötungsbox hineingeprügelt hatten. Dass ich mir hinterher ansah, als es zerteilt an mir vorüber pendelte, beidseitiger Muskelabriss an den Innenschenkeln. Schlachtnummer 530 an jenem Tag. Nie vergesse ich diese Zahl. Ich möchte von den Rinderschlachttagen erzählen, von den sanften, braunen Augen, die so voller Panik sind, von den Fluchtversuchen, von all den Schlägen und Flüchen, bis das unselige Tier endlich im eisernen Pferd zum Bolzenschuss bereitsteht, mit Panoramablick auf die Halle, wo die Artgenossen gehäutet und zerstückelt werden. Dann der tödliche Schuss im nächsten Moment schon die Kette am Hinterfuß, die das ausschlagende, sich windende Tier in die Höhe zieht, während unten bereits der Kopf abgesäbelt wird. Und immer noch kopflos Ströme von Blut, ausspeiend, bäumt der Leib sich auf, treten die Beine um sich, erzählen von dem grässlich schmatzenden Geräusch, wenn eine Winde die Haut vom Körper reißt. Von der automatisierenden Rollbewegung der Finger, mit der die Abdecker die Augenäpfel, die verdrehten, rot geäderten, hervorquellenden, aus den Augenhöhen glauben und in ein Loch am Boden werfen, in dem der Abfall verschwindet. Von der verschmierten Aluminiumrutsche, auf der alle Innereien landen, die aus dem riesigen geköpften Kadaver gerissen werden, die dann, bis auf Leberherz, Lungen und Zunge zum Verzehr geeignet, in einer Art Müllschlucker verschwinden. Erzählen möchte ich, dass immer wieder inmitten dieses schleimigen, blutigen Berges ein trächtiger Uterus zu finden ist, dass ich kleine, schon ganz fertig aussehende Kälbchen in allen Größen gesehen habe, zart und nackt und mit geschlossenen Augen in ihren schützenden Fruchtblasen, die sie nicht zu schützen vermochten. Das Kleinste, so winzig wie ein neugeborenes Kätzchen und doch eine richtige Miniaturkuh, das größte weich, behaart, braun-weiß und mit langen, seitigen Wimpern nur wenige Wochen vor der Geburt. Ist es nicht ein Wunder, was die Natur so erschafft, meint der Veterinär, der an diesem Tag Dienst hat und schiebt Uterus samt Fötus in den gurgelnden Müllschlucker? Und ich weiß nun ganz sicher, dass es keinen Gott geben kann, denn kein Blitz fährt vom Himmel her nieder, diesen Frevel zu rächen, der seinen Fortgang nimmt, wieder und wieder. Auch für die erbärmlich-magere Kuh, die, als ich morgens um sieben komme, krampfhaft zuckend im eisigen Zugegegengang liegt, kurz vor der Tötungsbox, gibt es keinen Gott und niemanden, der sich ihrer erbarmt in Form eines schnellen Schusses. Erst müssen die übrigen Schlachttiere abgefertigt werden, als ich mittags gehe, liegt sie immer noch und zuckt. Niemand, trotz mehrfacher Aufforderung, hat sie erlöst. Ich habe das Halfter, das unbarmherzig scharf in ihr Fleischschnitt gelockert und ihre Stirn gestreichelt. Sie blickt mich an mit ihren riesigen, großen Augen, und ich erlebe nun selbst, dass Kühe weinen können. Die Schuld, ein Verbrechen tatenlos mit anzusehen, wiegt so schwer, wie die es zu begehen. Ich fühle mich so unendlich schuldig. Meine Hände, Kittel, Schürze und Stiefel sind besudelt vom Blute ihrer Art genossen. Stundenlang habe ich unter dem Band gestanden, Herzen und Lungen und Lebern aufgeschnitten. Bei den Rindern saut man sich immer total ein, bin ich bereits gewarnt worden. Das ist es, wovon ich berichten möchte, um es nicht allein tragen zu müssen, aber im Grunde will es keiner hören. Nicht, dass ich während dieser Zeit nicht oft genug befragt werde. Wie ist das denn im Schlachthof? Also ich könnte es ja nicht. Ich grabe mir mit den Fingernägeln scharfe Halbmonde in die Handflächen, um nicht in diese mitleidigen Gesichter zu schlagen oder nicht den Telefonhörer aus dem Fenster zu werfen. Schreien möchte ich aber längst hat all das, was ich tagtäglich mit ansehe, jeden Schreien der Kehle erstickt. Keiner hat gefragt, ob ich es kann. Reaktionen auf noch so karge Antworten verraten Unbehagen ob des Themas. Ja, das ist ganz schrecklich und wir essen auch nur noch selten Fleisch. Oft werde ich angespornt, beiß die Zähne zusammen, du musst da durch und bald hast du es ja hinter dir. Für mich eine der schlimmsten, herzlosesten und ignorantesten Äußerungen. Denn das Massaker geht weiter, Tag für Tag. Ich glaube, niemand hat begriffen, dass mein Problem weniger darin bestand, diese sechs Wochen zu überleben. Sondern, dass dieser ungeheure Massenmord geschieht, millionenfach. Für jeden geschieht, der Fleisch isst. Besonders jene Fleischesser, die von sich behaupten, Tierfreunde zu sein, werden für mich nun vollends unglaubwürdig. Hör auf, verdirb mir nicht den Appetit. Auch damit bin ich mehr als einmal rigoros abgewürgt worden, gefolgt von der Steigerung Du bist ein Terrorist. Jeder normale Mensch lacht dich doch aus. Wie allein man sich in solchen Augenblicken vorkommt. Ab und zu sehe ich mir den kleinen Rinderfetus an, den ich mit heimgenommen und in Formalin eingelegt habe. Memento Mori. Lasse lachen, die normalen Menschen. Die Dinge abstrahieren sich, wenn man von so viel gewaltsamen Tod umgeben ist. Das eigene Leben erscheint unendlich bedeutungslos. Irgendwann blickt man auf die anonymen Reihen zerstückelter Schweine, die meanderförmig durch die Halle ziehen und fragt sich, wäre es anders, wenn hier Menschen hingen? Insbesondere die rückwärtige Anatomie der Schlachttiere. Dick und pickelig und rot gefleckt. Erinnert verblüffend an das, was an sonnigen Urlaubsstränden fettig unter engen Badehosen hervorquillt. Auch die nicht enden wollenden Schreie, die aus der Tötungshalle herübergählen, wenn die Schweine den Tod spüren, könnten von Frauen oder Kindern stammen. Abstumpfung bleibt nicht aus. Irgendwann denke ich nur noch, aufhören, es soll aufhören. Hoffentlich macht er schnell mit den Elektrozangen, damit es endlich aufhört. Viele Schweine geben keinen Ton von sich, hat einer der Veterinäre einmal gesagt. Andere stehen eben da und schreien völlig grundlos. Ich sehe mir auch das an, wie sie dastehen und völlig grundlos schreien. Mehr als die Hälfte des Praktikums ist vorüber, als ich endlich in die Tötungshalle gehe, um sagen zu können, ich habe gesehen. Hier schließt sich der Weg, der vorn an der Laderampe beginnt. Der kahle Gang, in den alle Pferche münden, verjüngt sich und führt eine Tür in einen kleinen Wartepferch für jeweils vier oder fünf Schweine. Sollte ich je den Begriff Angst bildlich darstellen, ich würde die Schweine zeichnen, die sich hier gegen die hinter ihnen geschlossene Tür zusammendrängen. Ich würde ihre Augen zeichnen. Augen, die ich niemals mehr vergessen kann. Augen, in die jeder sehen sollte, den es nach Fleisch verlangt. Mithilfe eines Gummischlauches werden die Schweine separiert. Eines wird nach vorn in einen Stand getrieben, der es von allen Seiten umschließt. Es schreit, versucht nach hinten auszubrechen und häufig hat der Treiber alle Hände voll zu tun, ehe er endlich mit einem elektrischen Schieber den Stand schließen kann. Ein Knopfdruck, der Boden des Standes wird durch eine Art fahrbaren Schlitten ersetzt, auf dem sich das Schwein Rittlings wiederfindet. Ein zweiter Schieber vor ihm öffnet sich und der Schlitten mit dem Tier gleitet hinüber in eine weitere Box. Der daneben stehende Grobschlächter, ich habe ihn insgeheim immer Frankenstein genannt, setzt die Elektroden an. Eine Dreipunktbetäubung, wie der Direktor mir einst erklärt hat. Man sieht das Schwein sich in der Box aufbäumen, dann klappt der Schlitten weg und das zuckende Tier schlägt auf einer blutüberströmten Rutsche auf und zappelt mit den Beinen. Auch hier wartet ein Grobschlächter. Zielsicher trifft das Messer unter dem rechten Vorderbein. Ein Schwall dunklen Blut, das schießt hervor und der Körper rutscht weiter. Sekunden später hat sich bereits eine Eisenkette und ein Hinterbein geschlossen und das Tier im Bohr gezogen und der Grobschlächter legt das Messer ab, greift nach einer verschmierten Cola-Flasche, die auf dem Zentimeterdick mit geronnenem Blut bedeckten Boden steht und genehmigt sich einen Schluck. Ich folge den am Haken baumelnden, ausblutenden Kadavern in die Hölle. So habe ich den nächsten Raum genannt. Er ist hoch und schwarz, voll Ruß, Gestank und Feuer. Nach einigen bluttriefenden Kurven erreicht die Schweinereihe eine Art riesigen Ofen. Hier wird entborstet. Von oben fallen die Tiere in einen Auffang, Trichter und gleiten in das Innere der Maschine. Man kann hineinsehen. Feuer flammt auf und mehrere Sekunden lang werden die Körper herumgeschüttelt und scheinen einen grotesken Springtanz aufzuführen. Dann klatschen sie auf die anderen Seite auf einen großen Tisch, werden sofort von zwei Grobschlächtern ergriffen, die noch verbliebene Borsten herunterkratzen, die Augäpfel herausreißen und die Hornschuhe von den Clown trennen. Einen Moment nur dauert dies alles. Hier wird im Akkord gearbeitet. Haken durch die Sehnen der Hinterläufe, schon hängen die toten Tiere wieder und gleiten nun zu einem stehlernden Rahmen, der wie ein Flammenwerfer konzipiert ist. Ein bellendes Geräusch und der Tierkörper wird von einem Dutzend Stichflammen eingehüllt und einige Sekunden lang abgeflammt. Das Fließband setzt sich wieder in Bewegung, führt in die nächste Halle, jene, wo ich schon drei Wochen lang gestanden habe. Die Organe werden entnommen und auf dem oberen Fließband bearbeitet. Zunge durchtasten, Mandeln und Speiseröhre abtrennen und fortwerfen, Lymphknoten anschneiden, Lunge zum Abfall, Luftröhre und Herz eröffnen, Trichinenprobe entnehmen, Gallenblase entfernen und Leber auf Wurmknoten untersuchen. Viele Schweine sind verwurmt, ihre Lebern sind von Wurmknoten durchsetzt und müssen weggeworfen werden. Alle übrigen Organe wie Magen, Darm und Geschlechtsapparat landen im Abfall. Am unteren Fließband wird der Restkörper gebrauchsfertig gemacht, zerteilt, Gelenke angeschnitten, After, Nieren und Flomen entfernt, Gehirn- und Rückenmark abgesaugt etc., dann Stempel auf Schultern, Nackenlände, Bauch und Keule aufgebracht, gewogen und in die Kühlhalle befördert. Nicht zum Verzehr geeignete Tiere werden vorläufig beschlagnahmt. Das Stempeln ist für den ungeübten Schweißarbeit. Die lauwarmen, glitschigen Kadaver hängen zum Schluss des Bandes hin sehr hoch und will man nicht von ihnen erschlagen werden, muss man sich beeilen, denn vor der Waage klatschen die Hälften mit viel Wucht aufeinander. Wie oft mein Blick in all diesen Tagen zur Uhr schweift, die im Bausenraum hängt, vermag ich nicht zu sagen. Ganz gewiss geht keine Uhr auf der ganzen Welt langsamer als diese. Jeden Vormittag ist zur Halbzeit eine Pause erlaubt. Aufatmend, eile ich in den Waschraum, reinige mich notdürftig von Blut und Fleischfetzen. Mir ist, als ob diese Besudelung und der Geruch für immer an mir haften. Hinaus, nur hinaus. Ich habe in diesem Haus nie auch nur einen Bissen essen können. Entweder verbringe ich die Pause, so kalt es auch sein mag, draußen laufe bis an den Stacheldrahtzaun vor und starre hinüber auf die Felder und den Waldrand, beobachte die Krähen oder ich gehe zum Jenseits der Straße gelegenen Einkaufszentrum. Dort ist eine kleine Bäckerei, wo man sich bei einer Tasse Kaffee aufwärmen kann. 20 Minuten später zurück ans Band. Fleischessen ist ein Verbrechen. Kein Fleischesser kann je wieder mein Freund sein. Niemals, niemals wieder. Jeden, denke ich. Jeden, der Fleisch isst, sollte man hier durchschicken. Jeder müsste es sehen, von Anfang bis Ende. Ich stehe hier nicht, weil ich Tierarzt werden will, sondern weil Menschen meinen, Fleisch essen zu müssen. Und nicht nur das allein. Auch weil sie feige sind. Das steril verschweißte Schnitzel im Supermarkt hat keine Augen mehr, die Überquellen von nackter Todesangst. Es schreit nicht mehr. Das alles ersparen sie sich. All jene, die sich von geschändeten Leichen nähern. Also ich könnte das nicht. Dann, eines Tages, kommt ein Bauer und bringt Fleischproben zur Trichinenuntersuchung. Sein kleiner Bub begleitet ihn. Zehn oder elf Jahre alt vielleicht. Ich sehe, wie das Kind seine Nase an der Scheibe plattdrückt und denke, wenn die Kinder es sehen. All dieses Grauen, all die ermordeten Tiere. Gäbe es da nicht noch Hoffnung? Ich kann genau hören, wie der Bub nach seinem Vater ruft. Papi, schau mal, geil, diese große Säge da. Am Abend im Fernsehen berichtet Aktenzeichen XY ungelöst von dem Verbrechen an einem jungen Mädchen, das ermordet und zerstückelt wurde und vom namenlosen Entsetzen und Abscheu der Bevölkerung auf diese Gräueltat. So etwas Ähnliches habe ich in dieser Woche 3700 Mal mit angesehen, werfe ich ein. Nun bin ich nicht mehr nur ein Terrorist, sondern obendrein krank im Kopf, weil ich Entsetzen und Abscheu nicht nur wegen eines Menschenmordes empfinde, sondern auch wegen des tausendfach mit Füßen getretenen Mordes an Tieren, 3700 Mal nur in dieser einen Woche, nur in diesem einen Schlachthof. Mensch sein heißt es nicht Nein zu sagen und sich zu weigern, Auftraggeber eines Massenmordes zu sein für ein Stück Fleisch? Sonderbare neue Welt. Vielleicht hatten die winzigen, dem Mutterleib entrissenen Kälbchen, die starben, bevor sie geboren wurden, das beste Los von uns allen. Irgendwann ist der letzte all dieser nicht enden wollenden Tage gekommen. Irgendwann halte ich die Praktikumsbestätigung in Händen einen Papierwisch, teurer bezahlt, als ich je für irgendetwas bezahlt habe. Die Tür schließt sich, eine zaghafte Novembersonne gleitet mich über den Kahlenhof zum Bus. Schreie und Maschinenlärm werden leiser. Als ich die Straße überquere, biegt ein großer Viehtransporter mit Anhänger in die Zufahrt zum Schlachthof ein. Schweine auf zwei Etagen, dicht gedrängt. Ich gehe ohne einen Blick zurück, denn ich habe Zeugnis abgelegt. Und jetzt will ich versuchen zu vergessen, um weiterleben zu können. Kämpfen mögen nun andere. Mir haben sie in jenem Haus die Kraft dazu genommen. Den Willen, die Lebensfreude. Und sie gegen Schuld und lähmende Traurigkeit getauscht. Die Hölle ist unter uns. Viel tausendfach, Tag für Tag. Eines aber bleibt immer, jedem von uns, Nein zu sagen. Nein, Nein und abermals Nein. Ende des Berichtes der Tierärztin Christiane Haupt. Der renommierte Autor und Psychologe Dr. Helmut Kaplan nimmt in seinem Aufsatz Verrat an den Tieren Bezug auf den Schlachthofbericht von Christiane Haupt. Hier ein Auszug daraus. Dass Christiane im Haupt keineswegs einen besonders schlechten Schlachthof zu einer besonders ungünstigen Zeit erwischt hatte, bewies im Jahre 2001 auf schauerliche Weise ein zwölfminütiges Videoband über den ganz normalen Schlachthof-Alltag. Es entstand nicht mittels versteckter Kamera, sondern bei einem offiziell genehmigten Drehtermin in einem EU-zertifizierten Schlachthof in der oberösterreichisch-bayerischen Grenzregion. Eine Schlüsselszene. Ein mächtiger Stier, mittels Eisenkette am Hinterbein hochgezogen, hängt kopfüber am Fließband, durch den Bolzenschuss scheinbar betäubt. Der Schlechter schneidet ihm mit einem großen Messer den Hals auf. Ein Blutschwall bricht hervor. Plötzlich geschieht etwas, was den Betrachter erschaudern lässt. Während der Schlechter geschäftig vor sich hin pfeifend die Brust aufschlitzt, öffnen und schließen sich langsam die Augen des Tieres. Und dann beginnt der Stier zu brüllen. Auf dem Video deutlich hörbar. Ein schauderhaftes, heißer, gurgelndes Mohn übertönt den Lärm des Schlachtvorgangs. Schließlich bäumt sich das blutüberströmte Tier am Haken sogar noch einige Male auf. Der Schlechter, der gerade die Vorderhufe abschneidet, muss in Deckung gehen. Der Todeskampf dauert lange Minuten. Diese schauerliche Szene gehört, wie gesagt, zum Schlachthof Alltag, wobei es sich beim betreffenden Schlachthof angeblich sogar um einen Vorzeigebetrieb handelt, weshalb angenommen werden muss, dass es anderswo noch brutaler zugeht. Von 30 Tieren, die hier innerhalb einer Stunde mittels Bolzenschuss betäubt wurden, erwachten sechs wieder. Eine Überarbeitung des Videos, das von mehreren deutschen TV-Magazinen gezeigt wurde, bei der bisher nicht gezeigten Sequenzen zugefügt wurden, förderte weitere schaurige Details heutzutage. In der neuen Fassung ist zu sehen, dass der Stier nicht nur brüllt, während er sich im Todeskampf minutenlang windet, als der Schlechter sich und den Schlachtraum mit einem Wasserschlauch vom vielen Blut reinigt, versucht sich das geschundene Tier mit letzter Kraft und herausgestreckter Zunge zum Wasserstrahl hinüber zu beugen. Die Aufnahmen dokumentieren eindeutig. Diese Tiere sind bei vollem Bewusstsein. Sie nehmen ihre Umwelt noch wahr, während sie am Förderband aufgeschnitten und zu Fleisch verarbeitet werden. Aktueller Anlass, neben dem Dauerskandal mangelnde Kontrolle und Betäuben im Akkord, für die unzureichende Bolzenschussbetäubung sind BSE-bedingte Veränderungen in den Schlachtmethoden. Seit Jahresbeginn 2001 ist in der EU der Einsatz des sogenannten Rückenmarkzerstörers verboten, weil damit potenziell infiziertes Nervengewebe über den ganzen Tierkörper verteilt werden könnte. Dieser Stab wurde durch das Einschussloch ins Rückenmark eingefürgt, wodurch der Hirntod irreversibel wurde und das Tier garantiert keinen Schmerz mehr spürte. Mit dem Verzicht auf den Rückenmarkszerstörer seien, so Ingrid Schütt-Abraham vom Deutschen Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin, unzureichende Ergebnisse programmiert gewesen. Andererseits habe dieser Verzicht, wie Veterinär Karl Wenzel vom Münchner Verbraucherministerium feststellt, ans Licht gebracht, dass Fehlbetäubungen vorkommen bzw. bei manchen Tieren die bisherige Bolzenschussbetäubung schlicht nicht ausreicht. Dazu Klaus Tröger von der Deutschen Bundesanstalt für Fleischforschung in Kulmbach. Vor dem EU-Erlass vom Jänner 2001, also vor dem Verbot des Rückenmark-Zerstörers, wurden Probleme durch nicht korrekt platzierte Bolzenschüsse verdeckt. Weiter Dr. Kaplan. Was verraten werden bedeutet, haben einige von uns schon an eigener Seele schmerzlich erfahren müssen. Mitunter dauert es Jahre, bis man sich vom lehmenden Entsetzen über unfassbare Untreue wieder erholt. Nicht selten hält der Schock ein Leben lang an. Doch welch Kleinigkeiten sind dies im Vergleich zum Verrat an Tieren? Auch zu ihnen, die jetzt im Schlachthof sind, waren Menschen vielleicht einmal gut. Biobauern etwa werden ja nicht müde zu beteuern, welch gutes Verhältnis sie zu ihren Tieren haben. Die Bilder von Bauern, die ihre Tiere liebevoll streicheln, kennen wir auch alle. Und dann finden sich diese Tiere auf einmal in der Hölle wieder, umgeben von Menschen, die ihnen die ungeheuerlichsten und grauenhaftesten Dinge antun. Die Tierarztpraktikantin Christiane im Haupt hat den Verrat an Tieren stellvertretend für die Fleischesser durchlebt und ist daran zerbrochen. Ich habe Zeugnis abgelegt und jetzt will ich versuchen zu vergessen, um weiterleben zu können. Kämpfen mögen nun andere. Mir haben sie in jedem Haus die Kraft dazu genommen. Und sie gegen Schuld und lehmende Traurigkeit ausgetauscht. Dass die bisher beschriebenen Gräuel lediglich die Spitze des Eisberges der weltweit täglich in Schlachthäusern zivilisierter Länder verübten Verbrechen darstellen, zeigt Gail A. Eisnitz' Buch Slaughterhouse. Für das die Autorin Schlachthausarbeiter mit einer Erfahrung von insgesamt zwei Millionen Stunden an der Betäubungsbox befragt hat. Die folgenden Auszüge aus Interviews mit Schlachthausarbeitern wurden auf einer Buchpräsentation der Autorin am 18. September 1999 der Öffentlichkeit vorgestellt. Ich habe lebendiges Rindfleisch gesehen. Ich habe es immun gehört, wenn die Leute das Messer anlegen und versuchen die Haut abzunehmen. Ich denke, dass es grausam für das Tier ist, so langsam zu sterben, während jeder seine verschiedenen Jobs an ihm macht. Die Mehrzahl von Kühen, die sie aufhängen, ist noch am Leben. Sie öffnen sie, sie häuten sie. Sie sind immer noch am Leben. Ihre Füße sind abgeschnitten. Sie haben ihre Augen weit aufgerissen und sie weinen, sie schreien. Und du kannst sehen, wie ihnen die Augen fast rausspringen. Ein Arbeiter hat mir erzählt, wie eine Kuh, die mit ihrem Bein im Boden eines Lasters stecken geblieben ist, zusammengebrochen ist. Wie hast du sie lebendig rausgekriegt? Habe ich den Typ gefragt. Oh, sagte er, wir sind einfach unter den Laster gegangen und haben ihr Bein abgeschnitten. Wenn dir jemand das sagt, weißt du, es gibt viele Dinge, die dir niemand sagt. Ein anderes Mal war ein lebendes Schwein, das hatte nichts Verkehrtes gemacht, rannte noch nicht mal rum. Ich nahm ein ein Meter langes Stück Rohr und schlug das Schwein praktisch zu Tode. Wenn du ein Schwein hast, das sich weigert, sich zu bewegen, nimmst du einen Fleischhaken und hackst ihn in seinen Anus. Dann ziehst du ihn zurück. Du ziehst diese Schweine, während sie leben und oft reißt der Haken aus dem Arschloch. Einmal nahm ich mein Messer, es ist scharf genug und ich schnitt das Ende von einem Schwein seiner Nase ab, so wie ein Stück Frühstücksfleisch. Das Schwein ist für ein paar Sekunden verrückt geworden. Dann saß es einfach da und sah dumm aus. Also nahm ich eine Handvoll Salzlake und rieb es ihm in die Nase. Jetzt ist das Schwein wirklich ausgeflippt und schob seine Nase überall in der Gegend rum. Ich hatte immer noch etwas Salz übrig auf meiner Hand und steckte das Salz direkt rein in den Arsch des Schweins. Das arme Schwein wusste jetzt nicht mehr, ob es scheißen oder blind werden sollte. Nach einiger Zeit wirst du abgestumpft. Wenn du ein lebendiges Schwein hast, tötest du es nicht einfach. Du willst, dass es Schmerzen hast. Du gehst hart ran, zerstörst ihm die Luftröhre, machst, dass es in seinem eigenen Blut ertrinkt. Ein lebendes Schwein guckte an mir hoch und ich nahm einfach mein Messer und nahm ihm das Auge raus, während es einfach da saß. Und dieses Schwein schrie einfach nur. Ende Zitat Dr. Kaplan. Die unzähligen Dokumente dieser Tierquälereien in Filmen werden von den Tätern und ihren Helfern in der Politik verharmlost. Es seien nur Ausnahmen und das Tierschutzgesetz schütze diese Tiere. Aber das Gegenteil ist der Fall. In Wahrheit sind die weltweiten Tierschutzgesetze lediglich Tiernutzungs- und Ausbeutungsgesetze, unter denen die Tiere extrem leiden müssen und die lediglich dazu dienen, die brutale Tierausbeutung zu legalisieren. Die Milchkühe sind in kurzer Zeit durch die ständige Milchproduktion verbraucht und werden geschlachtet, wenn aus den ausgelaugten Tieren nicht mehr genug Milch herauszuholen ist. Statt einer normalen Lebensspanne von etwa 25 bis 30 Jahren werden die ausgelaugten Milchkühe schon nach 4 bis 5 Jahren entsorgt. Jährlich werden die Kühe geschwängert, damit der Milchfluss nicht versiegt. Denn nur nach der Geburt des Kälbchens gibt eine Kuhmilch. Nach der Geburt werden Mutter und Kind getrennt, was einen traumatischen Trennungsschmerz bei beiden auslöst. Dieser Trennungsschmerz ist aufgrund der angeborenen Instinkte so dramatisch, dass sowohl die Kuh als auch ihr Kälbchen noch tagelang wimmern. Aber auch für Kälbchen ist der Leidensweg noch nicht zu Ende. Die weiblichen Kälbchen kommen in die Milchproduktion, wo sie ihre ausgelockten Mütter ersetzen. Auch diese Kälbchen sind dann im Teufelskreis von erzwungener Schwangerschaft, körperlicher Auszehrung durch intensiven Milchentzug, Geburt und traumatischem Trennungsschmerz für die Zeit ihres nur kurzen Lebens gefangen. Die männlichen Tiere werden in kleinen, dunklen Stellen für die Fleischproduktion gemästet, oftmals in Boxen, die kaum größer als ihr Körper sind. Da aber weltweit viel zu viele Kälber produziert werden, vernichtet man diese einfach in sogenannten Herodes-Schlachthöfen. Diese Grausamkeiten geschehen nur deshalb, weil die Verbraucher nach Milch und Milchprodukten verlangen. Milch- und Milchprodukte, deren verheerende Auswirkung auf die menschliche Gesundheit inzwischen durch unzählige wissenschaftliche Studien aufgezeigt werden konnten. Die Tierquälerei für die Produktion von Eiern in der weltweiten Legehennenhaltung ist bekannt und sogar vom Deutschen Verfassungsgericht als Tierquälerei bezeichnet worden. Sogenanntes Legehennenurteil. Trotzdem geht die Quälerei weiter. Aber auch die Massenhaltung von Legehennen am Boden in der Biolandwirtschaft ist nicht nichtartgerecht und klare Tierquälerei. Da nur weibliche Hühnereier legen, aber aus den bebrüteten Eiern genauso viele männliche wie weibliche Küken entstehen, werden die männlichen Küken als nutzloser Abfall vergast oder in einem Schredder lebendig zermust. Zur Hühnchenfleischproduktion taugen diese männlichen Küken nicht, denn zur Fleischproduktion gibt es spezielle Hühnerrassen. Die tägliche Vernichtung von Tierkindern ist völlig normal, auch in der Biolandwirtschaft. Und die alltägliche Realität unter den Tierschutzgesetzen dieser Welt, weil Verbraucher die Cholesterinbombe Ei verziehen möchten. Zahllose Filmaufnahmen, offene und verdeckte Aufnahmen aus Schlachthöfen in aller Welt beweisen, dass die Tiere nicht nur den unvermeidlichen Schrecken und Qualen einer Intensivtierhaltung und Massentötung ausgeliefert sind, sondern sogar in einer erschreckenden Häufigkeit von Schlachthofangestellten bewusst aus sadistischen oder anderen niedrigen Beweggründen gequält werden. Für mich als Arzt mit Kenntnissen in Psychologie und Psychiatrie sind solche extremen Tierquillereien in Schlachthöfen nicht wirklich erstaunlich. Nach Auswertung zahlloser Filmdokumente scheint mir der Schlachthof ein idealer Ort zu sein, wo sadistische Perversionen, so gut wie immer straffrei, ausgelebt werden können. Auch dies sollte jedem Konsument von tierlichen Produkten klar sein. Übrigens werden auch Milchkühe und Legehennen in den gleichen Schlachthöfen getötet, wenn sie ausgelaugt sind und aus ihnen kein Profit mehr zu schlagen ist. Deshalb besteht letztlich kein ethischer Unterschied zwischen dem Konsum von Fleisch, Milch und Eiern. Der sogenannte Tierschutz versagt beim Schutz der Nutztiere völlig, denn er ist in Wirklichkeit bestenfalls ein Kuscheltierschutz von Hund und Katze. Der Journalist Ingolf Bosens brachte es in einem Artikel auf den Punkt. Tierschutz im bürgerlichen Staat ist schließlich klar definiert. Wer mit der einen Hand seinen Hund krault und sich mit der anderen ein Schnitzel reinschiebt, entspricht dem schizophrenen Idealbild. Jeder Verbraucher entscheidet jeden Tag an der Ladentheke, ob er durch den Kauf von Fleisch, Fisch, Milch, Milchprodukten, Käse und Eiern den Auftrag für die extrem brutale Ausbeutung, das gnadenlose Quälen und Töten von Tieren erteilt. Zum weiteren Studium sehr zu empfehlen Food Revolution – Ernährung, der Weg zu einem gesunden Leben in einer gesunden Welt von John Robbins. Earthlings ist eine beeindruckende Dokumentation über die Massentierhaltung mit dem Schauspieler Joaquin Phoenix als Kommentator. Vegan – für Klima- und Umweltschutz Schon das Genie des 20. Jahrhunderts, Albert Einstein, sagte, nichts wird die Gesundheit der Menschen und die Chance auf ein Überleben auf der Erde so steigern, wie der Schritt zur vegetarischen Ernährung. Einstein sagte aber auch, zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit. Aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher. Die Nutztierindustrie und ihre Produktion von Fleisch und Milch ist durch den Ausstoß von Treibhausgasen wie Methan und CO2 noch vor dem Autoverkehr der Hauptverursacher der globalen Erwärmung und damit der Klimakatastrophe. Die für das Weltklima wichtigen tropischen Regenwälder werden für Weideflächen der Nutztiere und zum Anbau der Futterpflanzen gerodet. Die grüne Lunge der Mutter Erde wird in einem nie dagewesenen Tempo vernichtet. Sogar das deutsche Umweltbundesamt hat die Verbraucher zu einem klimabewussten Verhalten und zu Einschränkungen beim Fleischverzehr aufgerufen. In der Berliner Zeitung sagte Behördenchef Prof. Dr. Andreas Troge, wir sollten unseren hohen Fleischkonsum überdenken. Das tue nicht nur der Gesundheit gut, sondern nutze auch dem Klima. Und es bedeutet wohl kaum einen Verzicht auf Lebensqualität, sagte der Umweltamtspräsident. Der Vorsitzende der UNO-Organisation Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, der Friedensnobelpreisträger 2007, Rayenda Pachauri, rief dazu auf, weniger Fleisch zu essen, da der Fleischverzehr eine sehr klimaschädigende Angewohnheit sei. Studien hätten gezeigt, dass die Produktion von einem Kilo Fleisch Emissionen in der Größenordnung von 36,4 Kilo CO2 hervorruft. Das renommierte World Watch Institute hat am 21. Oktober 2009 eine Studie über die Bedeutung der Tierhaltung und des Konsums tierlicher Produkte für den Klimawandel veröffentlicht. Demnach ist der Konsum von Fleisch, Milch und Eiern für mindestens 51 Prozent der weltweiten, von Menschen ausgelösten Treibhausgasemissionen verantwortlich. Das Unglaubliche an dieser Situation ist nicht nur die extreme Bedeutung der Tierhaltung für den Klimawandel, sondern auch, dass die Tierhaltung in fast allen TV-Diskussionen zu diesem Thema totgeschwiegen wird. Dies geschieht, obwohl die beteiligten Politiker, Wissenschaftler, Journalisten und andere Diskutanten um die verheerende Wirkung tierlicher Produkte für das Klima wissen. Oder haben diese Leute sich nicht mit dem Thema beschäftigt und diskutieren trotzdem? Denn ohne eine Umstellung der menschlichen Ernährungsgewohnheiten hin zur veganen Ernährung werden alle anderen Maßnahmen zur Treibhausgasreduzierung so gut wie nichts bewirken und die Klimakatastrophe nicht verhindert werden können. Trotzdem äußern diese Personen ihre große Besorgnis über den Klimawandel und seine verheerenden Folgen. Man hört ihnen fassungslos zu, wie sie den alles entscheidenden und damit wichtigsten Faktor bei der Klimakatastrophe einfach nicht ansprechen. Diesen Leuten ist ihr Gaumenkitzel durch tierliche Produkte offensichtlich wichtiger als die Rettung dieser Welt. Und alle Beteiligten wissen, dass sie vor den Zuschauern eine große Show veranstalten, indem sie Besorgnis äußern, in Wahrheit aber eine Vereinigung bilden, die auf Kosten der Welt nicht von ihren tierlichen Produkten lassen will. Denn sie wissen genau, dass der Klimawandel sie persönlich wahrscheinlich nicht mehr treffen wird, sondern insbesondere die ärmsten Entwicklungsländer und die nachfolgenden Generationen. Die Weltmeere werden zunehmend leer gefischt, sodass auch hier eine ökologische Katastrophe bevorsteht. Die Bestände vieler Fischarten stehen kurz vor dem Kollaps. Die Weltmeere werden in einem gigantischen Ausmaß als Müllkippe für Chemikalien und Plastik missbraucht. Ein Großteil der Fische ist mit Giftstoffen erheblich belastet, sodass der Konsum dieser Fische ein erhebliches gesundheitliches Risiko für den Menschen darstellt. Wie berechtigt Albert Einsteins Skepsis bei der Beurteilung der menschlichen Intelligenz war, wird immer deutlicher. Die Situation ist so dramatisch, ja pervers, dass die Menschen durch den Verzehr von tierlichen Produkten nicht nur ihre eigene Gesundheit schädigen, die tierlichen Mitgeschöpfe brutal ausbeuten und den Hungertod von Erwachsenen und Kindern verursachen, sondern auch die Umwelt massiv schädigen, obwohl diese zum Überleben auf der Erde zwingend notwendig ist. Die Menschen sägen den Ast ab, auf dem nicht nur sie selbst, sondern insbesondere auch ihre Kinder und Enkel sitzen. Jeder entscheidet jeden Tag als Konsument an der Ladentheke, ob er mit dem Kauf tierlicher Produkte zur Zerstörung der Umwelt und zur Klimakatastrophe beiträgt. Zum weiteren Studium sehr zu empfehlen Food Revolution – Ernährung, der Weg zu einem gesunden Leben in einer gesunden Welt von John Robbins. Vegan – der religiöse Grund Nachfolgender Text ist nur für die Menschen geschrieben, die an einen Gott glauben. Die konkrete Religion ist dabei nicht relevant, weil der Text sich nur auf das Gemeinsame aller großen Religionen stützt. Gott erschuf nach den Vorstellungen aller Religionen die Welt, die Menschen und die Tiere. Gott hat dem Menschen seinen Körper, seinen Geist und seine Gesundheit geschenkt. Gott hat eine intakte Umwelt mit den darin lebenden Tieren erschaffen. Ist es vorstellbar, dass Gott Wohlgefallen daran hat, dass seine Schöpfung missbraucht und zerstört wird? Der Mensch, die ihm geschenkte Gesundheit mit schädlicher Ernährung ruiniert? Der Mensch seinen Mitmenschen in der dritten Welt die Nahrung vorenthält, sie verhungern lässt und mit der vorenthaltenen Nahrung stattdessen gequälte Nutztiere mästen lässt, weil ihm ein egoistischer Gaumenkitzel mehr wert ist als ein Menschenleben? Der Mensch, die Umwelt zerstört und eine Klimakatastrophe verursacht? Die von ihm erschaffenen Tiere ausgebeutet und gequält werden? Alles dies geschieht durch den Konsum von Fleisch, Wurst, Milch, Käse, Eiern und anderer Tierprodukte. Wer diese tierlichen Produkte isst, beteiligt sich an einem System, welches Gottesschöpfung beschädigt und zerstört. Wohlgemerkt, eine bewusste Beteiligung bei voller Kenntnis der Zusammenhänge, die diese Broschüre aufzeigt. Für einen Gläubigen könnte es im ewigen Desaster enden, dass er die Schöpfung mit Füßen getreten hat, wenn er nach wenigen Jahren seines irdischen Daseins vor seinen Schöpfer treten muss. Ist ein profaner Gaumenkitzel das alles wert? Hören Sie nachfolgend ein persönliches Nachwort des Autors. Betrachtet man die Fakten, dann steht man fassungslos vor der Boshaftigkeit, Ignoranz, Dummheit und dem Egoismus der Menschheit. Ich empfinde unerträglichen Schmerz und endloses Mitgefühl für die Wehrlosesten, die den Verbrechen der Menschen hilflos ausgeliefert sind. Verhungernde Kinder und grausamst gequälte Tiere. Täglich schwange ich zwischen Wut, Trauer und Hilflosigkeit, wenn ich mit diesen alltäglichen Verbrechen konfrontiert werde. Aber ich möchte und kann nicht wegschauen, wie die meisten, die das Leid hinter den Mauern der Tierfabriken und Schlachthöfe nicht interessiert. Ich verabscheue das verbrecherische Treiben, das dazu führt, dass täglich etwa 40.000 Kinder an den Folgen von Hunger und Unternährung sterben, weil man mit der pflanzlichen Nahrung lieber die gequälten Tiere füttert, um Fleisch, Milch und Eier zu gewinnen. Mit diesen tierlichen Produkten essen bzw. fressen sich die Wohlstandsbürger ihre Wohlstandskrankheiten an, die dann als Gipfel der moralischen Verwahrlosung in der Gesundheitsindustrie zu fast immer nutzlosen Tierversuchen führen. Joaquin Phoenix sprach mir voll aus dem Herzen, als er am Ende des Dokumentarfilms Earthlings über die geschilderten Verbrechen sagte, das systematische Quälen und Töten von empfindungsfähigen Wesen zeigt den tiefsten Punkt an Entwürdigung bzw. Würdelosigkeit, den die Menschheit erreichen kann. The systematic torture and killing of sentient beings show us what is the lowest point of the basement mankind can reach. In Anlehnung an die Aussagen des jüdischen Literatur-Nobelpreisträgers Isaac Pacheve Singer bin auch ich längst zur Überzeugung gelangt, dass die Art und Weise, wie der Mensch mit den Mitgeschöpfen umgeht, der sogenannten Menschenwürd und dem sogenannten Humanismus Hohn spricht. Ich meine, das Bezahlen für das systematische Quälen und Töten von empfindungsfähigen Wesen zeigt den tiefsten Punkt an Entwürdigung bzw. Würdelosigkeit, den ein Konsument erreichen kann. Werden Sie vegan, es ist ganz einfach. Sie ändern lediglich Gewohnheiten. Es ist die wirksamste Methode, um auf friedfertige Weise den wichtigsten Beitrag für Klima, Umwelt, Tiere, Menschen und die eigene Gesundheit zu leisten.